Und es war Sommer. Nimmst du schon auf? Ja, ich nehm schon auf. Willkommen endlich zu dem Thema, das du, glaube ich, als allererstes genannt hast, als wir diesen Podcast in Angriff genommen haben. Das kann gut sein. Endlich ist es soweit. Was du auch schon letztes Jahr eigentlich gefordert hattest. Den letzten Sommer. Aber erst mal, hallo Solveig. Hallo Daniel. Es ist schön, dass wir zusammensitzen und über Sizilien sprechen werden. Beziehungsweise über eine bestimmte Zeit. Über Sizilien. Sizilien. Über Sizilien. Es ist unsere Flurfunk-Strandgeschichte. Ja, es ist mein Meisterwerk. Mein großes Werk. Jetzt ist aber die Messlatte gerade deutlich in die Höhe geschossen. Ja, das ist korrekt. Aber das ist so mein Opus und danach ist mir egal. Ach so, ich verstehe. Du meinst, weil du mich verlässt? Ah, teils, teils. Nein, es war doch nur ein Spaß. Nein, aber das ist ja ganz ernst. Das ist ja bittere Ernst. Dass ich dich verlasse, das ist ernst. Räumlich. Räumlich, genau. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir hören auf. Aber räumlich werde ich nicht mehr an Daniels Seite weinen. Beim nächsten, oder irgendwann demnächst, wenn wir wieder aufnehmen. Und das auch nur, wenn du dir einen anständigen Computer zulegst. Ja, ich bin ja dabei. Der ist nur noch nicht da. Und fertig. Sonst wird es dann sehr abgehackte Folgen geben demnächst. Nein, das ist ja alles in Planung. Magst du denn sagen, wo du hingehst? Oder möchtest du das geheim halten, die privaten Details? Alles geheim halten. Nein, ich gehe nach Münster, aus beruflichen Gründen, sagen wir es so. Und werde da für eine Weile bleiben. Und dann schauen wir mal, ob ich dann wieder zurück zu dir kehre. Oder dort bleibe für immer. So einen Fuß lässt sie hier in der Tür. Genau, einen Fuß. Also wenn es mir nicht gefällt, kann ich immer noch sagen, tschüss. Sagst du das jetzt extra, falls jemand aus Münster zuhört? Nein. Künftiger Arbeitgeber. Das sage ich nur für mich. Also demnächst werden wir auch nochmal eine Städtereihe vielleicht fortsetzen, die es so noch nicht gibt. Bis jetzt gibt es ja nur, oh wie schön ist Goslar. Aber jetzt könnte auch Münster folgen demnächst. So ist es. Auch ein historisch höchst interessantes Pflaster. Mit interessanten Geschichten dabei. Ja, auch mit aus verschiedensten Zeiten. Ja. Da gibt es viel zu erzählen. Ja gut, wir sind gespannt. Aber erstmal bist du ja noch hier. Genau. Noch ein paar Tage. Ja. Und ja, mir wurde auch hier gesagt, ich soll mir den Rest des Tages nichts mehr vornehmen. Wobei, wir sind ja schon Mittag durch. Ja. Also den Rest des Tages. So ein bisschen ranhalten. Denn es scheint ein größeres Opus zu werden. Also auch für euch, die ihr das jetzt anhört. Ich weiß jetzt natürlich nicht, in welchen Abständen. Es kommt viel auf euch zu. Deckt euch ein mit. Mit U-Bahn-Snack nebenbei. Mit U-Bahn-Snack ist nichts, sondern holt euch was zu trinken, setzt euch bequem hin. Mit dem Andreas, macht den Putz einmal voll. Genau, das wird heute, du kannst, ich glaube, das ganze Haus putzen. Das wird dauern. Okay. Sehr schön. Ich freue mich sehr. Es ist ja meine zweite Heimat. Sizilien? Ja, die wissen da nichts davon, die Sizilianer. Im Herzen ist das der Ort, wo ich eigentlich gerne immer wäre. Ja. Das ist schon schön. Ja. Das ist eigentlich der beste Ort auf Erden. Ja, das stimmt. Es ist schön, dass wir uns da einig sind. Ja. Wir sind uns oft einig. Deswegen verdient es auch, dass es sozusagen ein Drittel des Podcasts dieses Jahres ausschließlich um Sizilien gehen könnte. In meinen Notizen habe ich mir jetzt drei Folgen vorgenommen. Ihr werdet sehen, ob es vielleicht dann doch mehr werden. Das passiert mir ja dann doch hin und wieder, dass dann aus einer Folge zwei werden. Oha. Also, wie gesagt, es wird hier eine Weile dauern. Ich versuche nicht zu bremsen. Du erinnerst dich ja noch an unseren ersten Aufnahmeversuch damals. Solveig hat mir ja schon gesagt, dass sie das mehrfach auch an der Uni behandelt hat. Behandelt hat. Sowohl passiv wie aktiv. Den Style brauchen wir jetzt hier natürlich nicht. Ja, schauen wir mal. Also, du gibst mir keine Quelle und fragst mich. Doch. Genau. Passt noch. Bitte nein. Gut, aber erst mal euch allen willkommen. Ja. Schön, dass ihr uns hört und folgt und liked und uns nette Worte sendet. Und ja, vielleicht seid ihr ja schon am Strand, wenn ihr das hört. Auf Sizilien. Auf Sizilien oder wenigstens am selben Meer, in dem Sizilien liegt und könnt so ein bisschen euch da vor Ort fühlen. Und räumlich, zeitlich sorgen wir jetzt dafür, dass uns das Ganze etwas näher kommt. Und ich bin sehr gespannt, wo du überhaupt einsteigst. Ich habe ja die Befürchtung, wobei, wenn du sagst, drei Folgen, es kann ja dann nicht nur um Staufer gehen. Oder? Es geht eigentlich nur um Staufer, denn tatsächlich, was wir uns jetzt angucken, ist, wenn wir sagen, in Sizilien geht es heute jetzt in diesen drei Folgen um das staufische Sizilien. Also wir steigen in Medias Res ein, wir lassen die Griechen weg, wir lassen die Römer weg und mit den Habsburgern, die dann später irgendwann kommen, befassen wir uns auch ein anderes Mal. Sondern es ist wirklich nur das staufische Sizilien, das reicht auch schon. Moment mal, Moment, also jetzt hast du da aufgezählt, die Griechen lassen wir weg? Ja. Finde ich ja schon ein Hammer, aber ehrlich gesagt, da ich auch keine Ahnung von Griechen habe, du hast dich da eigentlich mehrfach schon mit beschäftigt, mit den alten Griechen. Ich meine, es gibt schon auch so ein paar Tyrannen auf Sizilien und den alten Archimedes in Syrakus. Aber gut. Manchmal muss man auch Epochen werden. Gut, die Römer, die kann man natürlich weglassen, die haben ja da nichts verloren gehabt. Aber du hast ja dann trotzdem, entschuldige bitte, einen ganz wesentlichen Teil weggelassen. Das ganze UNESCO-Welterbe, das arabo-normanische. Ja, Geduld. Okay. Geduld. Denn unsere Geschichte geht nämlich nicht in Sizilien los, sondern in Dänemark. In Dänemark? In Dänemark, nämlich in der Mitte des 9. Jahrhunderts. Vielleicht weißt du, wer da im 9. Jahrhundert so unterwegs war. Der Rollo? Ja. Ich habe nämlich gestern in das Buch geguckt. Beziehungsweise nicht nur der. Jetzt die, die vielleicht nicht in ein Buch geguckt haben. Wer ist denn Rollo? Rollo ist ein Wikinger. Ja. So einer mit so einem Helm auf und so Hörnern. Genau, mit den Hörnern haben Archäologen richtig Bock drauf, wenn wir denen das erzählen. Aber wir wissen ja, was von Archäologen zu halten ist. Genau, also vielleicht auch nochmal da. Im 9. Jahrhundert sind eben in Nordeuropa die Wikinger unterwegs. Da haben mich nämlich letztens ein Archäologe nämlich ganz erstaunt angeguckt. Beziehungsweise meinte, sie waren fassungslos, dass eben in der Zeit die Wikinger sind. Also meistens hört man zwar von Wikinger, dass die Wikinger zur gleichen Zeit wie Karl der Große und die Karolinger waren. Das ist irgendwie so eine Verbindung, die nicht häufig da ist. Also man denkt so an Wikinger und in ihren Boten und mit ihren Hörnern am Helm. Einfach schon sagen, er hätte den Helm in der Höhle gefunden oder so. Oder man denkt an Karl den Großen, aber man bringt es nicht zusammen, dass es zeitgleich ist. Deswegen, also die Wikinger sind eben vor allem in der Zeit. Für mich ehrlich gesagt, ich habe mich noch nie mit Wikinger beschäftigt. Für mich sind die völlig zeitlos irgendwie. Die sind einfach irgendwie so ein fantastisches Volk außerhalb der Geschichte. Auch außerhalb von allen anderen Ereignissen. Die sind einfach da oben und rauben und plündern. Ab und zu kommt mal so ein Schiff vorbei, klaut dir was, dann sind wir weg. Erfinden die irgendwelche Kompasse und fahren nach Grönland und entdecken die Armehange. Wahrscheinlich waren die auch in China. Die waren nicht nur in Amerika. Die waren in Konstantinopel. Die waren in Konstantinopel. Die sind da den Don runter, hinten rum. Die waren ja auch in Kiew, haben wir ja gelernt. Genau, das waren ja die Varega. Und die sind dann weiter noch in Konstantinopel. Auf jeden Fall, wir kommen so ein bisschen ab. Nö, ich könnte jetzt schon klar machen, wer diese Wikinger sind, wenn wir da jetzt den Rollo einführen. Also das ist eben eine große, also das sind eben nicht nur diese Wilden, die da mit ihren zotteligen Haaren und ihren Hörnerhelmen irgendwelche Dörfer plündern, sondern das sind eben im Grunde das Dänen und Norwegen in der Zeit, die sich eben auch dadurch finanzieren. Und die greifen auf England aus, die greifen auf Nordfrankreich aus. Und in der Mitte des 9. Jahrhunderts sind die auch mehrmals in Paris. Also die fahren mit ihren Schiffen die Seine runter. Machen wir uns so ein romantisches Wochenende. Machen wir uns so ein schönes Wochenende. Zu Füßen des Reifelturms. Glück auf Notre Dame. Damals stand sie noch. Und das heißt, für die Karolinger sind diese Wikinger tatsächlich eine sehr große Gefahr. Und wir haben dann Karl den Dritten, einen Nachfolger von Karl dem Großen, der 911 eben einen Vertrag mit diesem Rollo schließt. Ich habe gelesen, er hieß auch der Einfältige. Ja, aber... Weil das so dumm war, dass er das gemacht hat? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, also diese Beinamen, manchmal sind die auch einfach gemein. Aber wir haben dann auch, nee, ich glaube vorher haben wir auch noch Karl den Karlen und so. Ja, und der Dicke. Ja, und ich finde mal, der Bär ist es manchmal. Auf jeden Fall, wir enthalten uns mal eines Urteils und nennen ihn einfach Karl den Dritten. Und der hat eben mit diesem Rollo diesen Vertrag gemacht. Dich siedle ich an, du bekommst die Normandie, beziehungsweise das wird jetzt die Normandie. Damals hieß das noch anders. Und dafür kriegst du auch eine uneheliche Tochter von mir, die Gisela. Für eine ehrlich geborene Tochter hat es nicht gereicht. Da merkt man so, in welcher Liga er spielt. Ja, du hast ja kein Herzog von sowieso, der da ankommt. Ja, aber eine uneheliche, die ist drin. Für Rollo wird eben dieses Herzogtum Normandie geschaffen. Und da läutet sich eben auch vermeintlich dieser Name ab, eben von den Nordmannen. Weiß ich, also deswegen die Normandie. Ja, es ist so die Erklärung. Schon naheliegend. Auf jeden Fall, daher wird eben dieser Name hergeleitet, der Normandie. Und dort begründen eben dieser Rollo seine Herrschaft. Und das klappt auch ganz gut. Also sein Job ist es im Grunde, die anderen Wikinger alle wegzuboxen. Also nach dem Motto, du darfst hier jetzt wohnen, aber alle anderen müssen weg. Aber alle anderen sind doch in Dänemark und Norwegen. Oder wollen die jetzt alle in die Normandie? Nein, das ist ja auch da, ich kenne mich auch mit den Dänen und den Norweger nicht so aus. Und ich glaube, es ist auch noch nicht das Königreich Dänemark. Das sind eben auch diese Jarls, die da um die Macht auch untereinander kämpfen. Und er ist dann jetzt eben nach dem Motto, dich holen wir ran und die anderen machst du dann weg. Und die gehen dann nach Kiew. Ja, unter anderem. Und nach England vor allem. Und das eben funktioniert. Die greifen eben nicht mehr Nordfrankreich an, sondern vor allem plündern sie jetzt England und erobern dort Gebiete. Also von daher, so einfältig war dieser Plan gar nicht, weil er funktioniert hat. Es werden dann eben auch verschiedene Dänen dort angesiedelt. Das heißt eben auch in dieser Normandie, das ist dann eben auch nochmal so ein Sonderfall innerhalb der französischen Kultur. Weil es Rollo, der lässt sich natürlich taufen und der spricht dann Französisch. Aber trotzdem bringt er eben auch noch so ein bisschen so seine Wikinger-Dänische Kultur mit. Asterix wird ja jetzt wahrscheinlich so Französisch mit durchgestrichenen O's sprechen. Und ja, tut er glaube ich. Es gibt ja irgendwie so Comics mit ihm. Und auf jeden Fall, das ist eben diese Normandie. Und weil die eben diese Verbindung nach Dänemark, Norwegen haben und eben auch nach England, haben wir dann später auch Wilhelm den Eroberer, der ja auch Herzog der Normandie ist, der 1066 nach England übersetzt und bei Hastings gewinnt und dann König von England wird und das Königreich England begründet. Das sind eben diese Normannen, die da sich auch mit ins Spiel bringen und eben sehr bekannt dafür sind, Dinge zu erobern. Und das werden sie auch später noch machen, denn wir springen jetzt ein bisschen. Aber zunächst erstmal räumlich, denn wir haben ja gesagt, es soll eigentlich um Sizilien gehen. Ja. Jetzt müssen wir glaube ich erstmal klären, was ich meine, ich persönlich, wenn ich von Sizilien rede. Weil das meint was anderes, als wenn andere Leute von Sizilien reden. Das ist mir schon öfter passiert, weil wenn ich von Sizilien rede, meine ich das Königreich Sizilien. Das gibt es ja noch nicht. Genau, aber wenn du von Sizilien redest, meinst du die Insel Sizilien. Entschuldige bitte, ich habe auch ein bisschen Ahnung. Ich weiß, aber... Ich habe hier unseren italienischen Nachbarn, wo ich gerne meinen Aperol Spritz nach dem Feierabend trinke, die von der Amalfi Küste kommen, auch gesagt... Sagen die auch Sizilien? Nee, ich habe zu denen gesagt, ah, ihr seid ja aus dem Königreich Sizilien. Da haben die mich groß angesprochen. What? Entschuldige, dann nehme ich zurück. Das ist jetzt aber schon sehr weit. Es ist ja jetzt noch kein Normann da angekommen, wo sie sein Königreich sind. Genau, aber nein, also, weil ich möchte es einfach nur nochmal kurz klar machen. Das heißt, also, ich nehme es zurück, dass du davon... Aber gemeinhin, wenn man mit Leuten redet, sie meinen eben die Insel Sizilien. Wir beide sprechen von... Also, wenn wir jetzt über sizilianische Geschichte sprechen, dann ist das alles quasi südlich des Kirchenstaats. Wobei da, ich bin da auch sehr unsauber, wurde mir auch schon sehr streng beigebracht, wenn man sizilianisch sagt, meint man wirklich Insel Sizilien. Ach so. Man muss sizilisch sagen, wenn man das Ganze... Ach nein. Das ist aber auch so ein gelehrter... Ich weiß. Das ist mir aber so eingepreist worden ins Kirchen, dass mir das dann auch immer so... Deswegen war ich vorhin schon irritiert, als du irgendwas von der sizilischen Vesper sagst hast. Oder wollte ich dich korrigieren? Das ist auch wirklich die sizilianische Vesper. Das ist wirklich die sizilianische Vesper. Tatsächlich. Das ist so wie mit Russisch und Russländisch. Ja, genau. Was das soll, das müsst ihr euch in der Kiew-Ukraine-Folge anhören. Das heißt also einfach nur eben, wenn wir jetzt von Sizilien sprechen, meinen wir eben nicht nur die Insel, sondern wir meinen im Grunde Süditalien, also ab Kapur abwärts. Abwärts. Den Mezzo-Genre noch. Genau. Und wie du schon sagtest, es gibt jetzt noch kein Königreich Sizilien. Wir sind jetzt eben Anfang des ersten Jahrtausends, also im Jahrtausend. Da sind immer noch ein paar Griechen drauf. Genau, da sind immer noch ein paar Griechen. Es gibt auch ein paar nette Karten, vielleicht verlinken wir mal eine von denen, weil ich glaube, das ist einfacher, das nachzuvollziehen, vor allem, wenn man das noch nie sich mit beschäftigt hat, wenn man sich da diese Karte mal anguckt, weil es gibt Süditalien beziehungsweise ganz Italien ist eben natürlich noch nicht als Nationalstaat geeinigt, wie wir das viel, viel später haben werden. Und deswegen habe ich mir das jetzt hier einmal so aufgeschlüsselt und wir fangen mit Rom an. Rom, wir gehen jetzt einmal ganz Italien durch, weil alles in Italien wird irgendwann mal wichtig, deswegen Vorsicht für die Vollständigkeit halber. Wir haben Rom und das umliegende Land da rum nennt sich der Dukat von Rom. Und der gehört wahrscheinlich wem? Dem Papst. Genau, das ist im Grunde, wenn wir jetzt eben sagen, wir sind im Jahrtausend, Pi mal Daumen, das ist der Beginn des Kirchenstaats. Also das ist so, der Dukat von Rom gehört dem Papst, das ist sein weltlicher Besitz. Und der hat sich schon durch die Karolinger, durch Pipin beispielsweise, der hat dem Papstland geschenkt, schon nach Norden so ein bisschen aufgeholt. Das war doch Fake. Ne, die ist echt die Konstantinische Schenkung. Achso, die Pipin, achso, okay. Die basiert so ein bisschen, sie ist inspiriert von dieser pipinischen Schenkung. Und das heißt, das, was heute die Emilia-Romagna ist, das gehört auch schon dem Papst, beziehungsweise die haben da erst noch Ansprüche drauf, ist noch nicht so ganz sicher, aber also wir gehen jetzt vom Center von Rom aus. Darüber haben wir die Toskana, also die heutige Toskana, das ist damals das Herzogtum Tustien. Toskana und das gehört zum Königreich Italien und das gehört zum Reich. Genauso wie die Lombardei. Achso, aber es ist so wie das, also es ist ja mehr so ein virtuelles Königreich Italien, also so wie das Königreich Germanien. Es gibt doch ein Rex Germaniae auch damals schon, also man wird doch da zum König der Deutschen gekrönt, aber es gibt ja kein Deutschland in dem Sinn. Ja, aber Italien gibt es schon, das ist nämlich unter Otto geschaffen worden, unter dem Otto dem Großen, der hat diese Gebiete erobert und das dann eben seinem Reich einverleibt. Das heißt, das Reich besteht eben aus diesem deutschen Römen, also eigentlich ist es auch das römische Königreich. Und das endet dann da, wo der Papst anfängt zu herrschen. Genau. Und dieses italische Reich, das existiert in dem Sinne nicht und das Problem, und da kommen wir nämlich später zu, warum ich das jetzt hier mit reinbringe, dass auch die, die in Tustien leben, sagen, das ist hier alles Blödsinn, wir machen hier unseren eigenen Kram. Was ist Blödsinn? Was mit Italien ist Blödsinn? Ja, mit dem Königreich Italien. Wir sind doch hier nicht Italien. Genau, also das Königreich Lombardai und das Herzogtum Tustien sagen beide, nee, wir machen hier unsere eigenen Sachen, wir treffen unsere eigene Entscheidung. Und das wird später zum Problem, vor allem in der Lombardei, deswegen erwähne ich das jetzt hier mal bei unserem kleinen Spaziergang durch Italien schon mal. Und jetzt gehen wir nach Süden und der Süden ist noch deutlich zerfranster als der Norden. Was ist denn, ich habe gerade vor Augen, aber ich weiß gerade nicht, was da liegt, da ist immer der Kirchenstaat in der Mitte, mittig da am Rom rum, aber der geht nicht wie so ein Querbalken einmal über den Stiefel, sondern im Osten ragt da immer noch parallel irgendwas runter. Genau, also bis später, das ist eben die Emilia-Romane, der geht später wirklich wie so ein Riegel durch. Und das ist dann eben mit der Romane ja Ravenna. Ja, aber das ist so richtig, so Richtung Ancona geht da irgendwie noch so, glaube ich, so was runter. Genau, der geht nicht so sehr. Also auf der Ostseite geht noch was anderes runter. Nicht der Kirchenstaat, sondern irgendwie, aber ist auch egal. Genau, aber das gehört schon zu Sizilien. Also dieser Riegel, den der Kirchenstaat bildet, das ist kein gerader, schönes rechteck, sondern der macht so einen kleinen Schwung. Und wir haben jetzt im Süden, wie gesagt, da hatten wir mal das Römische Reich, das ist auseinandergefallen. Und da sind ja verschiedene Leute zwischendurch mal, haben da gewohnt. Also nachdem die Römer weg waren, kamen dann die Goten, also die Ostgoten und irgendwann kamen... Spartakus. Der kam auch davor. Und dann kamen die Langobarden. Ah, waren das die mit dem Anmal? Nee, das waren die... Nee, das waren die Truskalierer noch weiter davon. Also aus irgendeinem Grund, den ich jetzt aber auch nicht nochmal spezifisch recherchiert habe, haben sich eben verschiedene Gebiete dieses Langobardenreichs erhalten und andere nicht. Und dazu gehört zum Beispiel das Herzogtum Spoleto und das Fürstentum Kapur. Die existieren noch und da sind irgendwelche langobardischen Nachfolger, haben sich dort gehalten. Und dann gehen wir beispielsweise weiter runter ins Herzogtum Amalfi, bist du schon von der Amalfi-Küste eben. Da haben auch mal die Langobarden geherrscht, die sind aber dann von den Byzantinern abhängig geworden. Und da sind wir jetzt eben ganz im Süden und da sitzen eben noch Byzantiner beziehungsweise eben Oströmer, als eben Westrom zerfallen ist, als wir dort die Ostgoten haben. Also um Menschen, die Griechisch sprechen. Ja, als wir die Langobarden kamen, hat eben Konstantinopel gesagt, das ist unseres und da hat man auch längere Zeit versucht, eben Italien zurückzuerobern und das hat man in Teilen geschafft und dabei eben ist dieses Herzogtum Amalfi, was eben auch langobardisch war, byzantinisch geworden. Und dann haben wir noch Apulien und Kalabrien, also ganz unten eben so der Absatz und die Spitze des Stiefels, da sind auch immer noch Byzantiner. Und dann haben wir die Insel Sizilien, da leben Araber. Also da leben auch Griechen und Lateiner, aber da regieren die Araber. Genau, sie regieren, die haben das eben zum Großteil erobert, eben so um 800. Das war eben Teil der arabischen Explosion gen den Osten. Dort eben in die Insel Sizilien ist jetzt eben arabisch beherrscht. Also das ist so einmal so ein Rundgang durch Italien. Wer ist hier eigentlich alles? Wer wohnt hier? Weil es da eben verschiedene Parteien eben noch gibt, die sich auch alle nicht unbedingt mögen. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, gut, jetzt haben wir die Normannen in der Normandie und wir haben Italien. Und wie kommen jetzt die Normannen nach Sizilien? Was machen die da? Ich habe es gelesen. Ja, dann. Die waren mit Pilgerreise gemacht. Genau. Und zwar mögen die Normannen den Erzengel Michael. Wusstest du das? Das wusste ich jetzt nicht. Doch, das weißt du. Das bringt man nur auch immer nicht so im Kopf zusammen. Aber in der Normandie ist ein ganz toller Ort, wo meine Mutter nächste Woche in Urlaub hinfährt. Und zwar den Mont Saint-Michel. Der ist da eben auch schon begründet worden. Und andere machen auch eine Pilgerreise Richtung Jerusalem. Das ist ja immer das Beste, wo man so als Romachrist alles unter Beweis stellen kann, woran man noch nicht so lange glaubt. Und auf dem Hinweg oder Rückweg? Ich weiß es nicht. Auf dem Rückweg. Da machen die einen Stopp in Monte Sant'Angelo. Und da ist ja eben auch irgendwie, gut, das Grab kann es ja nicht sein, aber ich glaube, da muss da jemandem erschienen sein. Der Erzengel Michael. Da ist so ein Heiligtum, eine Kirche in den Fels gehauen. Die dem Erzengel Michael gewidmet ist. Und da tritt jemand an sie heran. Und fragt sie, ob sie nicht Bock haben. Weil ja irgendwie ergeblich waren die immer so reich gesegnet an Söhnen. Diese normannischen Familien. Man braucht aber nicht so viele. Für das Erbe reicht halt einer. Was macht man mit dem Rest? Die schickt man halt irgendwo anders hin. Und wenn die dann noch ein Angebot kriegen mit einem Job, dass sie dann da vielleicht auch bleiben könnten. Und dann, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, ein gewisser Melus. Ein gewisser Melus. Ja. Das ist so ein Langobaden-Führer. Und der soll die da in Monte Sant'Angelo gesagt angequatscht haben. Sozusagen, als sie aus der Kirche rauskamen. Sag mal. Ihr habt doch gerade nichts zu tun. Darauf war euch. Ihr nervt doch nur euren ältesten Bruder. Bleibt doch hier und helft mir mit den Griechen. Die nerven mich. Die könnten wir mal loswerden. Und der Melchus übrigens, das wird dir gefallen, weil du magst ja Bamberg. Und der wurde nämlich in Bamberg, dann ein paar Jahre später, zum Herzog von Apulien tatsächlich investiert. Melus? Hört, hört. Aber dann verschwindet der halt auch wieder aus der Geschichte. Also ich kenne diese Geschichte etwas anders. Okay. Weniger romantisch. Weniger romantisch? Ich kenne die nämlich, dass die auf der... Du meinst, er hat sie festgesetzt. Nee, dass die auf der Rückkehr von dieser Pilgerreise waren. Und der, dieser Melus, sich einfach gedacht hat, ich möchte die Griechen nicht mehr da haben und er dann mit denen einfach die zum Essen eingeladen hat und gesagt hat, wollt ihr nicht für mich kämpfen. Also das ist da keine Engelserscheinung. Ich habe auch nicht behauptet, dass der Erzengel Michael denen erschienen ist. Ja, aber deine Geschichte klang so viel so romantischer und so schöner. Genau das Gleiche erzählt wie du jetzt gerade. Ich weiß, aber irgendwem ist das mit so einer Engelserscheinung? Nur das mit dem zum Essen einladen habe ich ausgelassen. Also ich kenne, wie gesagt... Die Engelserscheinung war da sehr viel früher. Das war der Grund, warum da dieser Pilgerort in Monte Sant'Angelo ist. So, ich hatte das jetzt so verstanden. Sonst wären die da gar nicht angehalten. Ich habe das so verstanden, dass sie eben da waren und ist da bei ihnen dieser Engel erschienen. Ah, das ist ja so was schön. Das war eigentlich doch so eine schöne Geschichte. Was man erzählt und was bei den anderen ankommt. Wieso hatte ich das jetzt aber, wie gesagt... Ach Mensch, hätten wir uns vorher abgesprochen, hätten wir das doch so erzählt. Also wie gesagt, ich kenne die Geschichte so, dass er sie dann eben bewirtet, wie es sich gehört und dann eben meint, ihr seid doch so gute Söldner. Euch kann man doch anheuern. Wie wäre es? Und die lehnen aber auch erst ab. Also die sagen, nee, wir wollen erst mal nach Hause fahren und schauen dann mal weiter. Ach so, ich dachte, die wollten einfach nochmal ihre Ausrüstung. Ja, vielleicht auch. Aber vielleicht dachten die sich auch so, ey, wir kommen gerade vom Pilgerzug. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Wir müssen erst mal den Pilgerzug beenden. Und die kommen dann 1016 wieder. Und werden dann tatsächlich eben als im Kampf gegen diese Byzantiner angeheuert. Und das ist im Grunde auch so ruhmprägend für die Normannen. Die gelten jetzt nämlich einfach immer als diese Söldnertruppen, als diese Schläger-Truppen, die man eben anheuert, um irgendwie da sich seinen Weg freizuboxen. Und das machen die auch. Also die kämpfen dann unter anderem gegen die Byzantiner. Die greifen dann auch teilweise weiter noch im Mittelmeer aus, auf griechische Gebiete aus. Kämpfen dort gegen Byzantiner. Und genau, und 1045, also 30 Jahre später, so lange kämpfen die dort in Italien. Ich habe das jetzt alles mal weggelassen, was sie jetzt genau wann wo erobern. Ja, okay. Was ist 1045? Da erobern die Normannen selbst nämlich das Fürstentum Kapur und das Herzogtum Amalfi für sich. Okay. Also vorher haben sie immer für andere gekämpft. Und jetzt sind sie aber mittlerweile, in diesen letzten 30 Jahren, haben sie sich gedacht, warum eigentlich für andere kämpfen. Und es kam mir so vor, als ich da reingeguckt habe, dass die auch die Seite gewechselt haben, oder? Ständig. Die haben doch dann für Byzantin, gegen die Langobaten gekämpft. Die haben ständig. Also wie gesagt, es sind ja Söldner, die bezahlen. Wenn man schon mal da ist. Wenn man schon mal da ist, dann haben die auch untereinander gekämpft. Und es gibt dann auch zwei verschiedene normandische Familien, die auch gegeneinander kämpfen. Und es sind dann eben die Haute-Ville, die sich dann durchsetzen. Für unsere Game-of-Thrones-Fans. Der Fürst, der nämlich Kapur und Amalfi erobert, heißt Drogo. Oh nein. Das muss dich schmunzeln. Ich dachte, das ist hier der mit dem ulkigen Namen. Drogo ist ja auch schon schön, aber ich dachte, der Tankred ist der, der da runterfährt. Nee, der Tankred kommt später. Aber eben der Erste, der hier Gebiete wirklich auch für die Normand, vor allem für die Haute-Ville erobert, das ist eben Drogo. Und das Problem ist, du kannst auch im Mittelalter nicht einfach so hinkommen und Land erobern und sagen, das gehört jetzt mir. Das funktioniert nicht. Nee, weil in Zweifel gehört es dem Papst. Wenn sonst niemand sagt, das gehört. Und das ist nämlich der Deal, den die Normannen jetzt machen. Weil sie eben als die, das sind die Schläger, das sind die Wilden, die man eben auch bekämpfen muss, gegen die man auch sich zusammentun muss, um sie wieder rauszuhauen. Und deswegen machen die Normannen 1059 einen Deal mit dem Papst. Das ist nämlich das, oder passiert auf dem Konzil von Melfi, ist dann Nikolaus II., der jetzt Robert Giscard, das ist auch so ein richtig, es ist ein großer Name, auch wenn man so eine byzantinische Geschichte macht, da taucht er auch ständig auf in der Zeit. Aber das ist doch der Sohn von dem Tankred von Haute-Ville. Ja, genau. Das ist der Sohn. Also es kommen jetzt mehrere Söhne von dem. Ich wollte schon sagen, das war nämlich dann irgendwie auch die halbe Sippschaft, die dann da... Genau, jetzt kommen auch viele Brüder. Und dieser Robert Giscard ist so der Mann, der eben so diese Schreckungsgestalt auch im Byzanz. Und der wird jetzt belehnt vom Papst als Herzog von Apulien, Kalabrien und Sizilien. Und sein Bruder Richard wird Fürst von Kapur. Und was hier ganz interessant ist, Sizilien haben die noch nicht erobert. Ja, da sind immer noch die Ehemere. Genau, das ist so ein Versprechen, wenn ihr das erobert von den Emiren zurück, dann gehört euch das auch. Ja, ich würde sagen, es ist wahrscheinlich nur ein Versprechen, das wäre doch was für euch, oder? Genau, das ist euer nächster Termin, da müsst ihr hin. Und was eben wichtig ist, das tut der Papst jetzt. Also der Papst gibt denen dieses Land, obwohl es dem Papst ja eigentlich rechtlich nie gehört hat. Das hat mal den Römern gehört, dann hat es den Langobaden gehört. Und jetzt haben es die Normannen eben erobert. Aber der Papst sagt, dass eben aus diesem Selbstverständnis heraus, das sich jetzt entwickelt hat, dass er ja eben als geistiger Herr über die gesamte Welt herrscht. Und damit eben als höhere Instanz über diese Streitigkeiten entscheiden kann. Und dass die Normannen diesen Deal mit dem Papst machen, das wird eben auch später entscheidend sein. Also all das, was jetzt im Grunde passiert, geht auf diesen Deal hinaus. Und ich habe es mir jetzt auch nochmal notiert, heißt das Wort. Weil es ist eben wichtig, die Normannen hatten eben dieses Legitimitätsproblem. Und der Papst hat das jetzt für sie gelöst. Sie sind jetzt anerkannt in Süditalien. Und formell ist der Papst eben jetzt Herr über Süditalien, weil er das eben nicht gegeben hat. Ich hatte mir auch noch was notiert, das ist nämlich der, das ist ja alles sehr verwirrend, dass der Nikolaus, eben jener Nikolaus, bevor er die belehnt hat, eigentlich auch Krieg geführt hat gegen die Normannen. Ja, genau, die führen auch. Also weil er die ja eigentlich da, die nerven den ja auch. Genau, das ist nämlich dieser Punkt. Und das war ja wenn nicht so erfolgreich und dann war er da ein Jahr gefangen, hat dann seine Meinung geändert. Ja, das ist eben dieser Punkt, also man versucht konstant die Normannen da rauszuhauen. Das funktioniert aber nicht, weil die Normannen einfach zu mächtig sind. Und in dem Moment, wo man merkt, na gut, wir kriegen sie nicht besiegen, dann verbündigen wir uns mit ihm. Und das ist tatsächlich auch für das Papsttum eigentlich eine ganz gute Sache, weil die Normannen sind ja jetzt schuldpflichtig ihm gegenüber. Aber wenn man jetzt eben von päpstlicher Seite sagt, naja, wir haben euch ja das Land gegeben, dann ist man ja auch, ist man ja nur eine Bringschuld, ne? Da kommen wir nämlich später auch nochmal zu, ich kann es nochmal als Einschub bringen, weil wir in einer anderen Folge, als es um Canossa ging, da schon mal drüber gesprochen haben, als nämlich Gregor VII. dann 1080, also jetzt 20 Jahre später, das Problem mit Heinrich IV. hat, wen ruft der um Hilfe, dass sie ihm helfen gegen den König? Ja, er ruft die Normannen. Aus Sizilien? Ja. Oder jemand von, welcher von den anderen? Aus Süditalien. Okay. Weil die sind ja jetzt in einer gewissen Bringschuld. Und das wird jetzt auch dann ein Problem für den Kaiser, das wird jetzt, kommt später, da komme ich jetzt gleich zu. 1080 ist das eher ein Problem für Gregor VII., denn der kriegt das dann mit Heinrich IV. irgendwie geregelt. Dann kommen die Normannen nach dem Motto, naja, jetzt haben wir uns aber auf was vorbereitet, jetzt haben wir uns eingestellt. Weil, wenn du uns nicht zum Kämpfen gibst, dann plündern die rum. Und 1080, 81 plündern die Normannen eben. Ach, das ist nicht wahr. Und zerstören tatsächlich auch Kirchen, da ist man sich mittlerweile nicht mehr so sicher, wie stark diese Kirchen zerstört wurden. Die Quellen sagen, das wurde alles niedergemacht. Archäologen sagen, naja, so kaputt war es nicht. Aber sie plündern auf jeden Fall auch Kirchenschätze und nehmen die mit. Und das ist dann noch der Robert Giscard? Nee, das ist 1080, also das müsste dann schon ein anderer sein. Wobei, nee, das war einer von den Älteren. Es könnte auch sein Bruder Roger gewesen sein. Nee, aber der war ja in Sizilien beschäftigt. Genau, aber das sind eben die, also ob die das persönlich kommen, ist ja auch nochmal eine andere Frage. Aber sie plündern eben Rom und das bricht dann auch Gregor VII., das Genick. Also das ist der Grund, warum die Römer ihn dann inhaftieren, weil sie sagen, nee, also das so nicht. Mensch, aber das ist eben schon mal das erste Mal, dass der Papst merkt, hey, da ist eine Macht, die kann ich fragen, wenn ich Probleme habe. Vielleicht, um das jetzt noch zu ersetzen. Und ich sollte das eigentlich nur tun, wenn ich sie auch bezahlen kann. Ja, so ist das immer mit Söldnern. Das haben auch andere Herrscher gelernt. Und auf jeden Fall, um das noch zu Ende zu bringen, ich hatte es gesagt, man hat ihnen Sizilien eben schon in Melfi versprochen. 1071, also knapp elf Jahre, zwölf Jahre später, gelingt denen das. Also sie erobern dann Palermo und gründen dann dort die Grafschaft Sizilien. Und da wird dann der jüngere Bruder von Robert Giscard, nämlich Roga, zum Grafen ernannt. Also die Brüder teilen das alles untereinander auf und es gibt eben mehrere Brüder. Ich bin ja dafür, ich finde Roga unerträglich. Also entweder wir sagen es von Roger oder wir sagen Roger. Roga geht gar nicht. Ich mag Roga. Ich habe das so gelernt. Und der hätte dann ziemlich leicht, also gut, es hat ja doch irgendwie auch zwei Jahrzehnte gedauert, glaube ich, so insgesamt. Die Eroberung? Die Eroberung von Sizilien. Ja. Ich glaube sogar noch bis Syrakus, glaube ich, so 35 Jahre, bis alles irgendwie. Ja, genau, bis alles war, ist sowieso. Aber die Hauptstadt Palermo, das hat eh gesagt. Da waren sie irgendwie relativ schnell, weil die Emiere halt untereinander auch gerade beschäftigt waren. Und das ist ungefähr so, wie nachher auch in Granada, also sobald die da irgendwie anfangen, warten die eigentlich nur drauf, dass man da... Also das ist ja auch der Grund, warum der erste Kreuzzug erfolgreich ist, weil die da auch gerade irgendwie Nachfolgestreit haben und anders gebunden sind. Und dann kommen die auf einmal und man denkt sich so, ist das jetzt auch noch? So, also in dem Sinne... Ja, aber das Besondere ist doch, und jetzt mal bitte keine Hektik, ja, also ich möchte schon, dass meine Lieblinge hier auch gewürdigt werden, nicht nur irgendwelche Friedrichschen. Weil das Besondere ist doch, was auch jetzt so gehypt wird, auch aus unserer modernen Perspektive, ist doch diese, dass da jetzt nicht irgendwie so, kommt jetzt kein christlicher Herrscher und schlägt da sozusagen die ganzen Emiere, die Emiere vielleicht, aber die ziehen meistens auch ab irgendwo, ne? Oder werden dann in Dienst gestellt quasi als so Grafen oder was auch immer man so braucht für die Verwaltung dieser Insel. Also da wird jetzt kein Blutbad angerichtet und da werden auch keine Moscheen in Kirchen umgewidmet, außer sie waren früher schon mal eine Kirche. Das heißt, die dürfen alle so weiterleben, wie sie waren. Also es wird irgendwie niemand zwangsgezauft oder man hält niemandem irgendwie ein Schwert an die Kehle und sagt so, du glaubst doch an Christus, oder? Ja, sondern dürfen eigentlich alle so leben, wie sie vorher auch gelebt haben. Ja. Und es gibt jetzt einfach nur einen neuen Herrscher, der, was Rogero angeht, glaube ich, auch noch insgesamt einfach sehr, eigentlich auch ein paar Bücher vielleicht sich zumindest hat vorlesen lassen, interessiert war an diversen Dingen. Und irgendwie auch Lust hatte auf das Land, dass er da antritt. Und er hat ja da ziemlich freie Hand gehabt. Also der Robert, der war mit ihm, glaube ich, noch in Palermo zusammen, dann ist der wieder zurück, weil da in Apulien ständig irgendwelche normannischen Barone, die vor ihm schon da waren und dachten, was ist das für ein Emporkömmling? Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Den hat er sich den Rest seines Lebens, glaube ich, beschäftigt und mit dem Papst im Zweifel. Und der Rogero, der Erste, ist da eigentlich in Sizilien dann der unangefochtene Graf, Großgraf oder wie auch immer er sich da nennt. Genau, also Sizilien ist eh die entspanntere Gegend. Also das wird auch später der Fall sein. Wenn man da übers Meer gefahren ist und man kommt da an, dann ist man einfach auch entspannt. Dann ist man einfach. Man hat dann da auch seine wunderschöne Stadt Palermo. Man muss auch nicht ständig Angst haben, dass irgendwo woanders ein Heer einmarschiert oder so. Und da ist, also Süditalien ist da deutlich gefährlicher. Deswegen, also wenn man Sizilien hat, ist man da auch recht safe. Das merkt man nachher noch und das wird ja dann eher mein Bier werden später, wenn da die napoleonische Zeit kommt. Dann Neapel ist sofort einkassiert. Und werden die Leute installiert und der original Sizilianische König ist aber die ganze Zeit safe auf der Insel. Da kommen wir auch später zu. Vielleicht auch schon mal so als Rausblick. Die Spätenstaufer sitzen nicht in Palermo, weil das können die sich gar nicht leisten da. Also die kommen dann mal nach Palermo, um sich krönen zu lassen und danach fahren die wieder nach Foggia hoch. Achso, weil die da nicht willkommen sind. Ne, die sind da völlig willkommen, aber von dort kannst du das nicht kontrollieren. Weil die Gefahr einfach immer von Norden kommt und du musst einfach vor Ort sein. Deswegen, die haben die Ruhe nicht. Achso, auf dem Festland heißt jetzt okay. So, genau. Ich wollte eigentlich den Bund nämlich gerade noch schließen, bevor wir dann zu Ruggiero II kommen. Achso, ja. Weil eben 1130, also jetzt sind wir wieder 60 Jahre gesprungen, haben wir eben die Krönung von Roga II. Jetzt sind wir schon beim nächsten. Ja. Bei Ruggiero II. Weil er nämlich zum König von Sizilien gekrönt wird. Also diese einzelnen Fürstentümer, Grafentümer, die eben unter den Brüdern alle aufgeteilt wurden, werden jetzt eben zu diesem Königtum zusammengefügt. Und jetzt haben wir eben, also er heißt eben Roga II., aber er ist eigentlich der erste wirkliche König. Und das ist aber doch auch nur möglich gewesen, weil es da schon wieder so einen Papstprobleme gibt. Das finde ich auch schon wieder geil. Weil er Innozenz II. Und mir nicht ganz klar war, als ich mir das angeguckt habe, wer ist denn jetzt eigentlich der Gegenpapst von wem? Also, weißt du, wer jetzt in der offiziellen Liste da der richtige Papst ist? Innozenz ist der richtige. Und auch hier sehen wir es eben wieder. Der andere, ich habe es jetzt auch... Anaklet. Ist Anaklet, genau. Wo ich mir schon gedacht habe, was soll das für Papstname sein? Aber es ist tatsächlich Anaklet II. Ja, also ein paar Anaklet. Okay. Ich habe noch nie gehört vorher. Und der ruft eben auch die Normanen wieder, helft mir. Aber er kann sich eben nicht durchsetzen. Er wird dann der Gegenpapst und Innozenz II. setzt sich durch. Und damit stehen die Normanen jetzt auf der falschen Seite. Aber zum König wird er schon wegen Anaklet. Ja, beziehungsweise, also ja. Also Anaklet gibt ihm das dann. Also das ist ja auch der, der in Rom ist. Der Innozent ist es doch in Frankreich erst mal. Der ist nämlich in Cluny gerade, als der See, der bekannt wird. Der heilige Stuhl frei wird. Aber der hat halt da, in Cluny ist ja gerade so, was in Cluny gesagt wird von dem Bernhard, das gilt. Wenn der sagt, der Innozenz ist richtig. Dann ist der Innozenz. Und der Innozenz setzt sich eben durch. Damit stehen die Normanen auf der falschen Seite der Geschichte. Und jetzt will man aber trotzdem diese Krönung durchsetzen. Also nehmen sie Innozenz einfach verhaften ihn für eine Weile. Und machen mit ihm den Deal nach dem Motto, wenn du raus möchtest, dann weißt du, was du unterschreiben musst. Und das tut Innozenz. Also diese Krönung wird damit legitim. Das hat jetzt dem Innozenz aber nicht unbedingt gefallen. Ich hatte das gemerkt. Dazu gezwungen zu werden. Also, beziehungsweise es ist jetzt nicht mehr Innozenz der Zweite, aber die Nachfolger von ihm gehen jetzt wieder auf die andere Seite. Also während man vorher mit den Normanen sich einigermaßen verstanden hat und gesagt hat, das sind ja doch irgendwie unsere Freunde, die uns helfen, wenn wir was brauchen, geht man jetzt auf die andere Seite wieder, also nach oben auf der Karte und spricht mit dem Kaiser. Und man verschließt mit diesem Kaiser einen Vertrag, und zwar den Vertrag von Konstanz 1153. Und denn wir haben jetzt einen jungen, frischgebackenen, neuen deutschen König, der nämlich, und der auch zum Kaiser gekrönt werden möchte. Das ist der mit roten Haaren? Das ist der mit den roten Haaren. Das ist Friedrich Barbarossa. Und man spricht so drüber, ja, was muss ich tun, dass ich gekrönt werde? Und der Papst sagt ihm eben, du darfst dich niemals mit den Normanen verbinden. Das klingt auch schon wieder wie so eine Aufforderung eigentlich. Am besten führst du Krieg gegen die Normanen. Und dann, da sagt Barbarossa, ja, gar kein Problem. Wenn ich jetzt Barbarossa hätte gesagt, okay, ich glaube, ich schließe ein Bündnis mit den Normanen. Nee, weil der Kaiser hat, also vor allem Barbarossa, also die Staufer und Barbarossa noch am stärksten, hat so diese Vorstellung, ich bin ja der Kaiser. Und meine Kaiserkrone oder meine Kaiserwürde lässt sich zurückführen auf Augustus. Und was, wem hat, oder was hat Augustus besessen? Ganz Italien. Also habe ich ein Recht darauf, Italien zu besitzen. Da haben wir noch viel mehr besessen, da geht ja nicht hin. Ja, aber es geht jetzt vor allem erstmal um Italien. Wer sitzt da im Weg? Die Normanen. Wen will man da raus haben? Die Normanen. Und wenn jetzt der Papst, dessen Schutzherrmann ja ist. Dazu muss man vielleicht nochmal klar machen, wir haben zwar vorhin so über das Königreich Italien gelästert, aber halt alles außer Kirchenstaat, nördlich Kirchenstaat, gehört da zum Reich. Genau. Also da ist er Kaiser. Genau, also der Einzige, der da im Weg ist, ist der Papst, da kann man halt nichts machen. Das gibt man ihm gerne. Das hat man ihm ja geschenkt. Und der Rest von Italien ist halt jetzt die Normanda. Genau, und da haben wir eben... Wobei der Papst zwischendurch es auch besser fand, dass die Normanda sind, weil der doch eigentlich Schiss hatte, dass der Kaiser ihn da quasi in die Zange nimmt. Die sind konstant, die Seiden. Völlig gaga. Also nicht mal gaga, es ergibt, also die reagieren halt auf die Situation. Und wenn du das Problem hast mit einem Kaiser wie Heinrich IV., dann bist du ganz froh, dass da jemand anders sitzt, der dir hilft. Jetzt hat man ein Problem mit den Normanen, also fragt man halt den anderen. Also das ist für den Papst eigentlich ganz nice, dass man diese verschiedenen Parteien hat, die man dann gegeneinander ausspielen kann. Das Problem ist ja nur, wenn die auf dem Weg irgendwie auf die Idee kommen, seine Stadt zu plündern. Aber das ist jetzt auch schon lange nicht mehr passiert. Also das ist... Da haben sie sich dran gehalten. Und also man sagt eben, Barbarossa, du darfst auf keinen Fall dich mit den Normanen einigen und am besten führst du Krieg und haust die raus. Und Barbarossa denkt sich, ja, es ist ja das Jus Anticum, so wird das genannt. Eigentlich gehört mir ja ganz Italien, ich bin ja der Kaiser. Und er versucht sie eben auch rauszuhauen. Kriegt es aber auch wieder nicht hin. Also er lässt sich dann eben 1155, geht er nach Rom, lässt sich dort zum Kaiser krönen und zieht dann eben weiter gegen die Normanen. Und ich glaube, da bricht wieder eine Seuche aus. Das passiert jedes Mal in Süditalien. Die Hälfte der Kriegszüge muss abgebrochen werden, weil sie alle krank geworden sind. Und es scheitert eben. Und er versucht es dann aber immer mal wieder, die dann noch rauszuhauen. Beziehungsweise, also er versucht es weiter. Er hat dem Papst gesagt, ich mach das. Jetzt haben wir aber einen Papst namens Hadrian, ein Jahr später, 1156, der sich jetzt wieder seine Meinung ändert. Mit dem Kaiser funktioniert es nicht mehr so gut, das ist ein bisschen schwierig. Das ist jetzt schon der Engländer? Ja, das ist der Braxton. Aber da sind wir ja schon wieder eine Generation weiter. Nee, wir sind jetzt ein Jahr weiter. Wir sind ein Jahr weiter? Wir sind jetzt im Jahr 1156. Und der denkt sich... Aber das heißt... Nee, 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 Moment, Moment, Moment. Also da... Da ist ja der Rogero schon tot. Ja. Ja, also das geht ja nicht. Also entschuldige bitte. Das eigentliche Staunen der Welt, das kommt ja später nochmal, aber das eigentliche Staunen der Welt in Sizilien ist im Zeitalter von Rogero Secondo. Das ist das, was man heute... Also das ist mein Teil von Sizilien. Ich meine, Syriko ist auch schön. Euridem ist auch schön. Keine Frage. Man kann sich auch in Noto irgendwelche Barock-Sachen angucken oder in Catania. Aber das echte Sizilien, das ist ja nochmal Palermo und Cefalu. Ja. Ja, und Cefalu ist ja schon so ein bisschen mein Zuhause. Und da steht eine einfach fantastische Kathedrale, die wie alle anderen Kathedralen, Monumente im Norden dieser Insel eben zum Weltkulturerbe zählen, als arabo-normanisches Erbe. Was auch schon diese Verbindung ausdrückt, weil was Besondere ist, dass da niemand irgendwie hingeht und die anderen abschlachtet, sondern dass irgendwie sich verbindet, diese Kulturen. Ja, das finde ich aber das Faszinierende an Sizilien, dass alle, die mal da waren, ja, die sind da nicht verschwunden, sondern irgendwie alle haben sich verbunden mit denen, die dann kommen und es ist irgendwie was Neues draus entstanden und in Verbindung, die man so irgendwie nirgendwo anders mehr wiederfindet. Und das ist halt der Grund, warum diese ganzen Bauwerke aus der Zeit von Rogero Secondo alle auf der Welterbeliste der UNESCO stehen. Zum Beispiel die Kathedrale in Chevalu mit dem schönsten Pantocrator-Mosaik in der Absis dieser Kathedrale. Also wenn bestimmt alle die Kunstgeschichte studieren, werden das sofort wissen, dass wenn man so den Pantocrator zeigt, dann ist das garantiert Chevalu. Und da wollte er dann auch beerdigt werden. Oder nicht unter die Erde, aber seinen Leichnamen später aufbewahrt wissen, was haben die dann ignoriert, die nachfahren. Und natürlich das überhaupt Allerschönste, was es in Palermo zu sehen gibt. Der Normanenpalast. Der Normanenpalast. Nicht nur mit den schielenden Löwen in dem Zimmer, sondern vor allem natürlich mit der Kapelle, die sich da befindet. Das ist ja auch Rogero Secondo. Also später nochmal ausgebaut, ergänzt noch ein paar Mosaike dabei. Aber die, der schönste Teil davon, ist ja auch aus dieser Zeit. Und da ist es ja auch einfach nur geil, dass man diese byzantinischen Mosaike da hat. Und dann guckt man an die Decke und denkt, man ist in Damaskus oder so. Also dann diese Stalaktiten geschnitzte Holzdecke. Und dann gibt es noch diese zwei Kirchen auf dem Platz. Ich weiß nicht, wie der heißt. Da ist zum einen, wie heißt es? Sancataldo ist das, glaube ich. Sancataldo ist so eine kleine, so eine rote Kuppel drauf, glaube ich. Oder vielleicht waren es auch drei. Kann sein. Nein, da drin ist nichts, kein Mosaike, kein gar nichts. Man muss irgendwie sogar Eintritt bezahlen, damit man in einen so einen Raum kurz reingucken darf. Trotzdem finde ich die Atmosphäre da unheimlich. Also da spürt man wirklich, dass es irgendwie tausend Jahre zurück ist bald. Und daneben ist die andere Kirche mit dieser komischen Barockfassade davor geklatscht. La Maturana. Da, wo das berühmteste, die berühmteste Darstellung ist von Rogero. Wo der von Christus gekrönt wird. Und dann so eine byzantinische Perlenkettchen an seiner Krone hat. Und wo sogar, das finde ich eben auch so geil, ein byzantinischer Marienhymnus an der Säule da irgendwo steht oder an so einem Balken in Mosaiken, glaube ich, gefasst, aber auf Arabisch. Und also wo irgendwie jemand, der, also ja, da ein gläubiger Christ ist, der irgendwie seine griechischen, in der griechischen Tradition steht, aber dessen Sprache offensichtlich Arabisch war. Und der dann da so einen Marienhymnus auf Arabisch, einen griechischen Marienhymnus auf Arabisch in die Kirche da platziert. Also vielleicht doch, sowas gibt es doch woanders nicht mehr. Nee, das ist wirklich. Das ist doch der Hammer. Ja. Genau. Und von dem Rogero, da habe ich eben gelesen, dass der wirklich einfach unfassbar wissbegierig war und auch jede Kapitän, der irgendwie angelandet ist in Palermo erstmal hier hat, ausfragen lassen und Informationen aus allen Weltteilen, soweit er es irgendwie erreichen konnte, gesammelt hat. Und irgendwie so einen riesen Globus wohl hat schaffen lassen mit allem Wissen, das da er gesammelt hat, er aber heute nicht mehr erhalten ist. Und dass er ein Buch hat verfassen lassen, quasi als Reiseführer in alle Teile der Welt. Das Buch des Roger, um es mal mit deinen Worten zu sagen. Und ich habe es mir aufgestreht, weil ich es irgendwie so schön fand und man auch gleich nochmal so ein paar Legenden ausräumen kann. Womit beginnt das Buch des Roger? Ja, ich weiß nicht genau, wann es rausgekommen ist, aber wahrscheinlich noch vor seinem Tod im Zweifel. Also wir sind in der Mitte des 12. Jahrhunderts und dieses Buch des Roger beginnt mit den Worten, die Erde ist rund wie eine Kugel und die Wasser haften auf ihr und werden durch ein natürliches Gleichgewicht gehalten, ohne Veränderungen zu erfahren. Also wir brauchten jetzt nicht Kolumbus oder sonst wen, der uns beibringt, dass die Erde eine Kugel ist. Ja, ich weiß, dass dir das klar ist, aber es gibt doch immer wieder Leute, die denken, die waren doch alle dumm damals und die haben doch keine Ahnung und die dachten, die Erde ist eine Scheibe. Also zumindest in Palermo hat man nicht gedacht, dass die Erde eine Scheibe ist im Mittelalter. So, jetzt darfst du weitermachen. Nee, vielleicht auch noch zu dem Punkt, man kann sie immer, also Leute, die sowas sagen, denkt man so, ja, mal mir mal bitte eine Kugel in 2D. Dann malen sie dir eine Scheibe und dann checken sie, wo das Problem liegt. Genau, auf jeden Fall das eben, ich hatte nämlich drauf gebaut, dass du nämlich noch was zu ihm dazu führen kannst. Also die schönste Kirche habe ich auch noch nicht erwähnt, die einen wunderschönen Garten hat für alle, also das ist ja auch jetzt ein bisschen hier, also wenn ihr in Sizilien gerade sein solltet und an der falschen Küste, dann fahrt ihr bitte rauf nach Palermo und also wie gesagt, Tefalo, Pflichtprogramm, San Giovanni delle Eremiti, das ist die schöne, muss man auch Eintritt zahlen. Und es gibt keine Mosaiken zu sehen oder dergleichen, aber es ist einfach schön. Es ist so ein Garten, schöner Garten mit den Resten dieser Kirche, Kreuzgang noch dabei und dann wachsen da die Kakteen, die Kaktusfeigen und es ist ein wunderschöner, idyllischer Ort. Ja, vielleicht, was man auch mal so dazu sagen muss, Palermo, also auch dieser Palast, sieht von außen immer sehr unterwältigend aus, also man geht dann rein und denkt sich so, wow, und sieht diese Mosaike, da muss man natürlich noch dazu sagen, dass gerade eben in Sizilien und da meinen wir eben auch das ganze Königreich viel nicht mehr da ist, da ist einfach wirklich sehr, sehr viel verloren gegangen durch die Zeit auch, also deswegen ist einfach auch diese, wie heißt das, Normanenpalast, das ist das Wort, dass die Innenausstattung noch da ist, eben so großartig, weil man dadurch so einen gewissen Einblick haben bekommen kann. Ja, ich meine, überhaupt, wo sieht man denn bitte Palastausstattung aus dem Mitte des zwölften Jahrhunderts? Ja, es ist eigentlich nichts mehr da, es ist alles in Ruinen. Und ist ja auch ein Teil, glaube ich, noch von den sogenannten Sarazenen, also aus der Zeit der arabischen Teil. Ja, wobei ich bin mir mit dem Normanenpalast nicht sicher, ob die den nicht mal haben. Ja, die haben das, glaube ich, das, was, ja, ja, klar, also jetzt nicht, man kann jetzt nichts mehr sehen von denen, da irgendwelche Wandmalereien oder so, aber so das Gebäude sozusagen dann darauf gesetzt, neu weitergebaut, an dem Ort, wo die vorher auch schon residiert haben. Genau, also man hat auch viel, also das ist eben wirklich, wie du angesprochen hattest, dieser, einfach dieser Kulturtransferzusammenfluss, also man nennt es immer, ja, maurisch-normannisch oder arabisch-normannisch, aber man darf eben nicht vergessen, diese ganzen byzantinischen Handwerker, das war schon großartig, was die schaffen konnten. Also, und dass wir jetzt diese drei Kulturen zusammenkommen, die hier ihre eigene Sache schaffen, das wird dann auch gerne später immer, wenn wir jetzt, also ich meine, wenn wir jetzt in spätere Zeiten gehen, immer so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen, dass wir eben diese sizilische Kultur haben, die eben aus verschiedenen Kulturen zusammen entstanden ist. Also auch hier würde ich sagen sizilianisch, denn in Neapel findest du davon nichts. Das stimmt, aber ist halt die Frage, warum? Warum finde ich hier in Neapel nicht? Also wenn jetzt hier die Festungen von dem, der nachher noch kommt. Ja, also bei auch die Festungen, da ist auch nichts. Auf jeden Fall, also das ist eben so das Besondere an dieser Kultur, die eben unter den Normanen entsteht. Und genau, jetzt springen wir wieder in das Jahr 1156 zurück, weil wir jetzt diesen Vertrag von Benevent haben. Und der ist im Grunde das entscheidende Ding. Denn jetzt sagt nämlich Hadrian, der, wie du, was ich gar nicht im Kopf hatte, aber wo du mich gut drauf hingewiesen hast, der ein Engländer ist, also auch ein Normanne im Demo zu sagen. Das ist auch wahrscheinlich gar kein, das ist irgendwie auch ganz praktisch, weil der neue König, Wilhelm, Wilhelm der Erste, der Böse, der natürlich wahrscheinlich überhaupt gar nicht so wenig Böse war, wie der französische König irgendwie, was hatten wir für ein Attribut vorhin noch? Einfältig. Einfältig war. Oder der Karl vielleicht dick war, oder was auch immer. Oder Karl. Ist das der Wilhelm, der noch eine Frau aus England geheiratet hat? Ja, die Johanna. Nein, 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 das ist der nächste, der nächste. Ah, das ist der nächste. Das ist der Wilhelm II., der gute. Also der hat sich den dann geholt als, der hat sich die geholt als Schwiegertochter. Ja, also. Das ist die Schwester von Richard Leuwenherz, ne? Ja. Und auf jeden Fall ist es jetzt eben auch, also der einzige englische Papst, Hadrian, schließt jetzt eben diesen Vertrag von Benevent. Und das ist jetzt wirklich im Grunde die komplette Umkehr von dem, was man vorher eigentlich auch von Barbarossa verlangt hatte. Denn es wird jetzt das Königreich anerkannt und was noch viel, viel entscheidender sein wird, jetzt ist es erstmal so ein nettes Gimmick, der Papst wird zum Lehnsherr von Sizilien ernannt. Also das heißt, das Königreich Sizilien wird, so wie es entstanden ist, eben als vollständig zusammenhängend akzeptiert. Die Königskrönung, mit der das Papstnummer eigentlich immer Probleme hatte, weil sie ja eigentlich erzwungen wurde aus päpstlicher Perspektive, wird jetzt gesagt, das war super. Und es wird eben gesagt, ich bin euer Lehnsherr. Also im Grunde, de facto, also formell ist der Papst. Also von dem wird es auch anerkannt, dass er der Lehnsherr ist. Ja, genau. Also die Normannen sagen, du bist also, ich meine das halt formell, weil das hat dem Papst nie gehört. Aber man spielt dieses Spiel jetzt zusammen und sagt, ja, wir geben dir das Land und du gibst es uns wieder zurück. Also der Papst ist jetzt nicht mehr der Einzige, der behauptet, es sei seins. Ja, und der Papst hat jetzt eben auch eine rechtliche Verbindung dafür, dass er sagen kann, ich bin der Lehnsherr, ihr seid meine Vasallen und wenn ihr nicht das tut, was ich möchte, kann ich euch im Grunde das auch aberkennen. Und damit passiert etwas, was für Barbarossa ein Riesenproblem ist. Die Normannen werden... Der kann er nicht mehr erobern. Ja, erstens das und zum anderen werden die Normannen jetzt Schutzmacht vom Papst. Und das finde ich... Das ist doch schon der Kaiser. Ja, ganz genau. Das ist nämlich so der Punkt, wo es hier wirklich heikel wird und wo ich eben auch, warum ich diese Zeit eben so, so spannend finde, weil eben die Kaiserwürde davon abhängt, so wie es sich eben in den Jahrhunderten entwickelt hat, seit Karl dem Großen, dass man der Schutzherr des Papstes ist. Das heißt, wenn der Papst krönt einem und wenn der ein Problem hat, dann geht man natürlich zu seinem guten Freund und hilft dem. Und das ist jetzt mit Heinrich IV. vielleicht mal eskaliert, aber eigentlich macht das der Kaiser. Und es gibt auch schon in dieser Zeit, das wird später noch viel, viel lauter, aber man gibt jetzt auch schon so von England und von Frankreich, denkt man so, wieso ist es eigentlich immer der Deutsche, der Kaiser wird? Wieso nicht wir? Also man... Nein, aber man denkt sich so, warum ist es automatisch immer der Deutsche? Warum ist er auch eigentlich nur ein König? Warum nicht die anderen? Und da sagt man eben, ja, weil der ja bewiesen hat, dass er uns beschützt als Papst. Er ist ja immer an unserer Seite gewesen. Und deswegen, aus dieser Tradition heraus, ist es immer der deutsche König, oder der römische König, der eben Kaiser wird. Jetzt hat man die Normannen. Oh, die Normannen könnten Kaiser werden, meinst du? Theoretisch, wenn der, also wenn man sich so komplett... Kaiser Wilhelm. Ja, also die Sache ist die, Barbarossa versteht sich, hat auch ein paar Probleme mit dem Papst. Also da gibt es auch, er ist auch exkommuniziert worden und so weiter. Und es gibt jetzt theoretisch die Möglichkeit... Was hat er, Entschuldigung, aber weißt du, was hat er getan, dass er exkommuniziert wird? Ja, das war auch irgendwie mit einem Gegen... Da gab es auch irgendwie Streitigkeiten mit zwei Gegenpästen. Er hat auf den falschen Papst gesetzt. Er hat, glaube ich, auf den falschen Papst gesetzt. Und da muss man sich dann auch in Venedig aussöhnen. Und mittlerweile gehört es aber auch irgendwie zum guten Ton. Einmal im Leben muss man exkommuniziert sein. Sonst hat man es nicht richtig gemacht. Aber auf jeden Fall theoretisch gibt es jetzt diese Möglichkeit, dass man die Normannen vielleicht mal zum Kaiser macht. Warum nicht? Warum ist es immer der Röntgen? Wahrscheinlich eine schöne Idee. Lass uns die Geschichte ändern. So. Und jetzt hat Barbarossa, denkt er sich, warte mal, ich bin hier gerade dabei, mein großes Weltreich zu schaffen. Und jetzt sitzen da diese Normannen. Und die machen hier jetzt irgendwie mit dem Papst, der doch mein guter Bro ist. Wieso? Was ist hier da? Und auch er schwingt jetzt um. Er hat es einfach nicht geschafft, die Normannen militärisch zu besiegen. Wenn du sie nicht besiegen kannst, unterwandere sie. Also, um das nochmal deutlich zu machen. Ich glaube, es gilt damals als das drittgrößte Königreich Europas. Und es ist das reichste vor allem. Was man sich kaum vorstellen kann. Wenn man heute irgendwie an Süditalien denkt, die armen Leute, die als Gastarbeiter nach Deutschland kommen müssen und sich irgendwie in Bergwerken verdingen, weil es da nichts gibt. Das ist einfach eine ganz andere Epoche. Also, Sizilien ist wirklich das reichste europäische. Und alles, was das Mittelmeer zu bieten hat, gibt es auf Sizilien. Weil es ja im Grunde, Sizilien liegt ja in der Mitte des Mittelmeers. Das heißt, die verbinden alles. Also, wenn du irgendwie aus Nordafrika fährst, du kannst in Sizilien anlegen. Wenn du von der Levante-Küste fährst, wenn du aus Kleinasien kommst, wenn du aus Griechenland kommst, wenn du aus Spanien. Das verbindet. Also, man hält immer in Sizilien an den Häfen und dort läuft das. Also, da lag das Geld in der Zeit. Und auch das Wissen offensichtlich. Ja, genau. Weil man hat da ja natürlich auch mit der arabischen Kultur das Wissen. Also, da ist viel, was hier einfach zusammenkommt. Davon kommt die Paris nicht mehr viel an. Nee, das kam aber auch, glaube ich, nicht mehr. Und auf der hohen Staufen wahrscheinlich auch nicht mehr. Jetzt sind wir im Jahr 1184. Also, du hast nochmal was einzubringen von der anderen Seite. Ich glaube, ich wollte das nur mit dem Hadrian, fand ich interessant, dass der da aus England kommt. Das wird aber, glaube ich, relevanter jetzt eben, weil dann Willem II. ja dran kommt. Nachdem dann der Erste sein Leben beendet hat. Also, nicht willendlich. Und der Autor, den ich da jetzt, wo wir vorhin schon mal gemeinsam kurz reingeguckt haben und gesagt haben, es fehlen vielleicht so ein paar Absätze drin, um ein paar Dinge deutlicher zu machen. Aber ich finde ihn trotzdem sehr unterhaltsam. Verlinke ich in den Shownotes. Wenn man da auf Sizilien ist, ist es wunderbar, das vor Ort zu lesen. Einmal so richtig so ein Querschnitt durch die Geschichte Siziliens. Und der behauptet dann, ja, der sagt natürlich auch, der Willem, der war eigentlich nicht böse. Der war einfach nur, der war groß, ein bisschen grobschlechtig, irgendwie dicke zerzauste Bart. Und halt, ja, so wie vielleicht sein späterer deutscher König, Kaiser von Preußen. Ja, deutscher Kaiser, König von Preußen. Einfach so ein bisschen aufbrausend und mal in die Richtung und mal in die Richtung. Und dann war er irgendwie lethargisch und dann wollte er sofort irgendwas machen. Also, der meinte, er war ja wahrscheinlich bipolar oder so. Also, das ist ja immer so einmal manisch, einmal depressiv. Aber es war mit dem los, dass die Leute verwirrt hat. Nee, ich glaube, er hat auch einfach ein schweres Erbe gehabt. Das ist ja immer, wenn du diesen mächtigen, ich weiß gar nicht, das war nicht, war er sein Vater? Ich bin mir nicht klar, wie er war der Vater? Und man, also das ist ja auch so ein bisschen bei Augustus und Tiberius. Und der war halt auch nicht vorbereitet darauf, der war nämlich der viertgeborene Sohn. Wenn ich das jetzt richtig weiß, ich glaube, es war der, ne? Genau, also es war der viertgeborene Sohn, weil drei Söhne sind einfach direkt naheinander irgendwie gestorben. Also, er wurde aber auch nicht vorbereitet. Also, man dachte eigentlich schon noch eine Weile, da sind ja noch drei andere, die da vorkommen. Aber dann war der plötzlich König. Ja, es ist halt immer, wenn man diesen überstrahlenden Vater hat, das Schicksal haben eben andere gehabt, auch so Tiberius, der dann Augustus gefolgt ist, der ja auch gar nicht drankommen sollte. Die werden dann vielleicht auch in der Geschichtsschreibung immer ein bisschen härter noch angenommen, als es vielleicht dann wirklich war. Und auch diese Namen, also in der Fruga den zweiten folgen jetzt eben Wilhelm der Erste und Wilhelm der Zweite. Und der eine ist eben der Gute und der andere ist der Böse. Und diese Bezeichnungen kommen aber auch noch viel später auf. Und der Zweite ist der Gute, das heißt wahrscheinlich, die mochten den neuen Wilhelm lieber als den alten. Und dann wurde der zum Bösen gemacht. Ja, beziehungsweise es sind ja auch keine zeitgenössischen Zuschreibungen. Die sind ja viel, viel später in irgendeiner Chronik dann aufgetaucht. Also da ist dann eben auch so die Frage, wie die das in der Zeit wahrgenommen haben. Witzig dachte ich jetzt eben noch bei dem Wilhelm II jetzt, der mit zwölf Jahren auf den Thron kommt. Also da regiert natürlich auch erstmal die Mama eine Weile, das wohl auch ganz passabel wahrscheinlich hinkriegt. Aber es ist irgendwie so eine Zeit von Karrieristen. Also wo da alle, die irgendwie unter den früheren Wilhelm oder vielleicht sogar noch Rogero II da hingekommen sind und gesagt haben, so jetzt ist hier gerade so ein Kind auf dem Thron, jetzt kann ich hier regieren oder so. Und da gibt es nämlich noch einen Engländer. Ich glaube sogar zwei Engländer, aber einer sitzt dann in Palermo direkt und der wird dann noch längerfristig irgendwie zum Problem. Das ist Walter of the Mill. Jetzt habe ich vergessen, wie er dann italianisiert wird, aber Walter of the Mill fand ich echt. Und der nennt sich, das finde ich ja schon wieder grandios, weil es wieder nochmal zeigt, was für ein skurriler Ort das eigentlich ist. Der unterschreibt quasi Emir und Erzbischof von Palermo. Also der Erzbischof in der Kathedrale ist auch der Emir von Palermo. Warum nicht? Nee, weil das mit diesen Karrieristen, das passiert immer bei Minderjährigkeitsregierungen. Also jede Minderjährigkeitsregierung kennt das, deswegen hassen die das auch so. Da kommen wir nämlich nachher auch noch dann wiederholt dazu, warum die eigentlich auch Minderjährigkeitsregierungen vermeiden wollen, weil das eben dazu führt, dass wir eben solche Karrieristen haben. Und wer heiratet jetzt eben diese Johanna? Den Wilhelm II. Wilhelm II. heiratet diese Johanna. Also da ist irgendwie die England-Connection plötzlich sehr stark. Ja, aber eigentlich wollte er ja jemand anderen. Wollte er das? Ja, weil das ist natürlich schon geiler. Wenn man schon so eine kaiserliche Ambition, die du denen unterstellst, dann wäre ja der jemand anders irgendwie gut, den man sich in die Familie holen könnte, oder? Wen wollte er denn? Wollte er eine Griechen heiraten? Ja, natürlich. Also so eine richtige Kaiser-Tochter. Und der hat auch gesagt, Kaiser Emanuel war das damals, glaube ich, der hat sie sogar angeboten als Braut und sagt, hier, willst du nicht meine Tochter heiraten? Und dann haben die alles klar gemacht. Der Wilhelm steht am Pier und wartet auf das Schiff, das jetzt überfällig ist seit ein paar Tagen, und dann kommt keiner. Und dann geht sie, also da geht er vielleicht zwischen euch mal was trinken. Dann kommt sie wieder zu Bier und denkt, wo bleibt denn meine Frau? Und die kommt einfach nicht. Die ist so wohl arschig, oder? Warum kommt die nicht? Das hat ihm keiner mitgeteilt. Die taucht einfach nicht auf. Ist die gestorben oder so? Manchmal passiert das, dass sie sterben. Nee, die ist nicht gestorben. Ich weiß, keine Ahnung. Die hat wahrscheinlich jemanden nach anderen gefunden auf dem Weg oder so. Oder wir hatten ja bei den Österreichern schon mal, dass der König von Frankreich gerne mal welche Bräute auf dem Weg wegschnappt. Ich glaube, da unten hat er jetzt so einen schlechten Zugriff gehabt. Die Franzosen kommen ja erst später da vorbei. Das Mittelmeer ist groß, da passieren Unfälle. Ja, genau. Und dann kommt halt die Alternative ins Spiel. Und dann wendet man sich an England. Ist ja auch nicht schlecht. Man ist ja auch Verwandtschaft. Ja, also England wird auch nochmal eine große Rolle spielen. Aber ich spreche mal über eine andere Verlobung, die auch einen großen Einfluss auf die sizilische Geschichte haben wird. Und zwar nämlich die sogenannte Augsburger Verlobung von 1184. Das hat jetzt wieder was mit dem anderen Kaiser. Genau, mit denen da oben. Mit den Lateinischen Kaiser. Wenn man den einen Kaiser nicht kriegt, nehmen wir wieder den anderen. Den einen Kaiser nicht kriegt, nehmen wir den anderen. Und das hat sich jetzt vielleicht auch Wilhelm II. gedacht. Denn er ist jetzt mittlerweile mit dieser Johanna aus England verheiratet. Und er kommt auch so, also er ist relativ jung noch, aber er kommt jetzt auch langsam so in die 30er und in die späten 30er. Und er hat ein großes Problem, von dem du vielleicht auch weißt, welches Problem der hat. Er hat keinen Sohn. Er hat keine Kinder. Und zwar nicht, also er hat überhaupt keine Kinder. Überhaupt keine Kinder. Also er hat auch nicht unehelich geborene Kinder, wie noch Karl III., den, wo man dann nochmal unterscheidet. Er hat keine Kinder. Und sie wissen, dass es an ihm liegt. Wie, sie wissen, dass es an ihm liegt? Es liegt immer an der Frau, das weißt du doch. Immer an der Frau. Aber in diesem Zusammenhang weiß man, weil er ja auch mit anderen Damen keinerlei Kinder, also er hätte ja irgendwie mal unehelich Kinder produzieren müssen. Das ist immer der Check, ja stimmt. Das ist der Check und das hat er nicht. Es gibt absolut keine Kinder. Und er macht sich jetzt so langsam Sorgen, was passiert denn jetzt, wenn ich keine Kinder haben sollte? Und es wird später tatsächlich auch bewiesen, dass es an ihm lag. Denn Johanna wird nach seinem Tod weiter verheiratet, weil er stirbt relativ jung. Sie ist auch noch relativ jung. Und in ihrer zweiten Ehe hat sie Kinder. Aber das heißt doch eigentlich, dass sie sich zu dem Zeitpunkt noch in Sicherheit wiegen mussten und dachten so, wir sind ja noch jung, wir haben ja noch Zeit. Ja, also man hat auch noch gedacht, das klappt noch, das wird noch. Also wir haben noch Zeit und man hat auch gesagt, das wird noch. Aber jetzt sag erst mal, was sie gemacht haben. Genau, aber er muss jetzt eben langsam mal überlegen, weil es könnte ja jedem, er könnte auch mal vom Pferd fallen. Er kann irgendwie eine Seuche kriegen. Es passiert halt. Ja, das vor allem, ja. Es passiert Unfälle. Vom Schiff ins Wasser fahren. Nein. Und er hat eine Tante und die wird jetzt verheiratet. Also eine Tochter von Roger. Die wird jetzt verlobt mit dem späteren Heinrich VI., jetzt Kronenprinz des Reiches und auch schon erwählter König, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Also der älteste Sohn von Friedrich Barbarossa zu der Zeit. Der hatte auch mal ältere Brüder, die sind aber auch alle gestorben. Er ist jetzt dran und er wird es dann später auch. Und das ist eben ganz interessant. Er wird jetzt nämlich mit dieser Constanze d'Otville verlobt. Und diese Constanze ist ganz, ganz spannend, weil man so wenig über sie weiß. Die wird so ein bisschen irgendwie so aus dem Hut hervorgeholt. Niemand weiß, wo sie vorher war, was mit ihr passiert ist. Hey, wir haben doch da die Tante noch da hinten im Garten. Da ist schon diese Tante, weil die ist nämlich schon 30. Sie war nie verheiratet. Also irgendwie Heinrich. Also die kriegt jetzt der Heinrich? Ja, und Heinrich ist, glaube ich, 17 oder 18. Aber die ist doch schon quasi am Ende ihres Lebens angelangt für damalige Verhältnisse. Sie ist eben 30 und niemand weiß, wo sie ihr 30 Jahre gewesen ist. Oder man weiß nicht, ob sie verheiratet war. Und es gibt deswegen halt auch in der Wissenschaft diese These, dass sie Nonne war. Ach so. Dass sie extra jetzt für diese Verlobung aus dem Kloster rausgezogen wurde. So, Edg, doch nicht. Und jetzt eben hier mit 30 Jahren. Aber ich bin doch mit Christus verheiratet. Nee, jetzt nicht mehr. Aber das weiß man nicht. Es gibt keinerlei Hinweise. Der Erste, der da wirklich mit anfängt, ist Dante. Dante, denn diese ganzen, auch die Staufer, die jetzt nachfolgend werden, tauchen teils eben in seiner göttlichen Komödie auf. Und Constanze taucht eben im dritten Teil im Paradies auf. Ach. Und da sagt sie das. Also ich war Nonne und mein Schleier wurde mir entrissen und so weiter. Und Dante hat ja so in den 1290ern, wenn ich mich jetzt nicht irre, geschrieben. Also nicht ganz so weit weg. Also es ist, aber es ist schon weit weg. Also es ist schon noch so, dass da mündlich irgendwas... Aber also das scheint so, was die Zeitgenossen sich... Bis nach Norden gelangt sein könnten. Wie sie sich das so erklärt haben, wo sie auf einmal auftaucht. Es gibt dann aber auch Thesen, dass sie einfach sich um die Eltern, also um die Mutter gepflegt hat und dann irgendwie scheinbar vergessen wurde. Sie ist auch so ein bisschen das vergessene Kind in dem Sinn, dass sie geboren wurde, nachdem Roger schon tot war. Also die Mutter war eben schwanger mit ihr. Roger stirbt. Wie auch immer du möchtest. Und dann ist sie geboren worden und dann war ja auch schon Wilhelm dran. Und deshalb hat man sie vielleicht einfach dynastisch irgendwie nicht gebraucht. Aber jetzt hat sie endlich ihr Comeback und wird jetzt eben mit diesem 15 Jahre jüngeren Heinrich verheiratet. Und das ist eben ganz interessant, denn es wird eben dieser Vertrag jetzt mit Wilhelm II. geschlossen, dass sollte Konstanze eben ihn überleben und sollte Wilhelm ohne Erben sterben, dass Konstanze das Königreich erbt. Das ist eben bei den Normanen möglich, das ist in England möglich, das ist in Sizilien möglich, wenn Frauen als Einzige überbleiben, dass sie aus Herrschaft, aus eigenem Recht ausüben dürfen. Aber warum machen die das? Warum nicht? Ja, in meinem Buch, in meinem Buch sagt er, das war eine streifliche Dummheit, sich da die Staufe reinzuholen. Und dass die Mehrheit der Leute in Palermo sich irgendwie auch den Kopf geschüttelt hat. Was soll das? Warum holt der uns jetzt die Staufe hierher? Also man gibt doch eigentlich quasi sich selbst auf. Ist doch klar, dass die Konstanze da nichts zu melden hat, wenn sie mit dem Kaiser, mit dem späteren Kaiser verheiratet ist. Aber Konstanze wird irgendwann Kinder haben und die Hälfte von diesen Kindern. Aber die werden ja dann auch lieber Kaiser sein. Ja, aber das ist ja das Ziel. Das ist doch das Ziel, dass man Nachkommen hat, die Kaiser werden. Aber da muss man sich ja mit ganz anderen Dingen beschäftigen und kann sich dann nicht mehr Sizilien widmen. Ja, aber das wollten sie vielleicht nicht. Nur weil Roger II. da irgendwie glücklich mit war, heißt das ja nicht, dass die anderen keine Ambitionen haben. Und wenn Wilhelm II. schon auf die griechische Prinzessin gewartet hat, und da irgendwie mit dem griechischen Kaiser hinweg hat. Ich glaube ehrlich gesagt, dass er das nicht vergessen hat und sich gedacht hat, so, jetzt werde ich Kaiser. Also meine Kinder werden, meine Enkel werden Kaiser und die machen den fertig da drüben. Ja, und das ist ein großer Gewinn. Also die Staufer, die auch noch nicht lange, aber jetzt dann mit Heinrich in der dritten Generation die deutsche Krone haben, dann macht man das. Wenn du weißt, mein Enkelkind, beziehungsweise Wilhelm ist jetzt der Neffe, aber zu wissen, meine Verwandten werden Kaiser sein, das verstehe ich jetzt nicht, was deine Dummste ist. Nur, dass sie sich nicht Normand, also nicht Utville genannt haben. Ja, gut, aber... Ich sehe schon deine Loyalität. Naja, also der Gedanke ist, was ist denn die Alternative für ihn, wenn er keine Kinder produziert? Was ist seine Alternative? Die Konstanze mit einem Sizilianer zu verheilen. Aber dann heißt sie auch nicht mehr Utville. Das ist ja der Punkt. Also dann, du verlierst so oder so dieses Spiel. Und dann doch hochpokern und dann nach oben greifen. Warum soll ich sie denn mit irgendeinem komischen sizilischen Baron verheiraten? Dein Papstneffen. Aber der hat doch auch nichts. Das sind doch irgendwie diese italienischen Anliegen aus dem Land. Vielleicht auch, bevor wir die verlassen, auch hier das Bauwerk, das man unbedingt besuchen sollte. In Augsburg? Nein, nicht in Augsburg. Wer interessiert sich denn? Wo bist du gerade? Ich bin nicht bei dem Vertragsschluss, ich bin bei Wilhelm. Ja, ich bin deswegen. Wo bist du gerade bei Wilhelm? Ich bin bei Wilhelm und ich bin in Sizilien. Der macht doch ein neues... Weil er nämlich Streit mit diesem Engländer hat. Ja. Mit diesem Erzbischof. Emir und Erzbischof von Palermo. Hat er sich gedacht, ich mache ein neues Erzbistum auf. Dann will ich den los hier. Wusste ja, wenn ich da nicht mehr... Das Problem ist natürlich, man kann ja nicht einfach ein Erzbistum aufmachen. Also ich habe dann aber gedacht, cool, ich gründe euch mal was anders. Ich gründe eine Benediktinerabtei und erkläre, dass der Abtei automatisch auch ein Erzbischof ist. Und dann hat er da seine eigene Kirche quasi aufgemacht und eine Kathedrale errichtet in Monreale. Ah, ja, ich war gerade bei Monte Cassino. Also heute quasi direkt um die Ecke von Palermo kann man mit dem Bus hinfahren. Und das ist dann wirklich so ein bombastisches Kirche voll mit quasi die ganze Bibel als Mosaike. Seine eigene Kirche. Und aber da am schönsten ist eigentlich der arabische Teil oder der arabisch inspirierte Teil, nämlich der Kreuzgang. Also da sind dann wirklich, hat man wieder, als wäre man irgendwie durch die Alhambra spazieren, so ein bisschen wenigstens. Also das ist doch mal so, kurz erwähnt, die größte Hinterlassenschaft des Wilhelm II. Und da gibt es ein Mosaik, das an den heiligen Thomas Beckett erinnert. Der gerade mal irgendwie zwei, drei Jahre vorher nämlich ermordet wurde in England. Also auch da nochmal diese England-Connection. Wahrscheinlich hat es ihm seine Frau gesagt, hier, wir haben da Mist gebaut. Möchte ich, dass meine Verwandtschaft in der Hölle landet, können wir bitte dem ein Mosaik widmen. Ja, gut, zurück nach Augsburg. Nee, beziehungsweise wir haben das geklärt, was in Augsburg passiert ist. Und, jetzt muss ich nur schauen. Achso, genau, ich hatte noch die Verwandtschaftsverhältnisse aufgeschrieben, aber das ist jetzt eigentlich egal. Von wem zu wem? Nee, wie Constanze zu Roger zu Wilhelm I und II steht, aber das haben wir jetzt ausführlich besprochen. Das war ja nicht die Tochter von Roger. Genau. Schwester von Wilhelm I, Tante von Wilhelm II. Genau, und Roger hatte insgesamt fünf Söhne, das fand ich ganz interessant. Und da ist eben nur Wilhelm übergekommen. Und beziehungsweise, ja, zu diesen fünf Söhnen kommen wir jetzt doch nochmal, denn Wilhelm I hatte noch einen Bruder namens Roger. Und der hat auch nochmal Kinder gehabt, und zwar auch uneheliche Kinder. Und die werden gleich, einer von denen wird gleich ein Problem. Denn Wilhelm II stirbt jetzt 1189, also fünf Jahre nach dieser Bruder. Und der hatte, glaube ich, auch noch einen, war das denn sein Sohn oder sein Bruder Roger? Einer wird erschlagen bei irgendeiner Palastrevolte. Das kann sein, das habe ich mir jetzt nicht mit dir. Genau, sein, der, ach nee, das war, glaube ich, der, der von Wilhelm I, der Sohn. Der Roger III? Mhm. Ja, das kann sein, ja. Dass der da erschlagen wird und deswegen der Wilhelm II überhaupt rankommt. Ja, genau, also Roger III, also er wird Roger III genannt, aber um sie untereinander zu unterscheiden, der wird nicht gekrönt. Und der stirbt eben vorher schon, hinterlässt aber so ein paar uneheliche Kinder. Mhm. So, und das kommt jetzt, wird es halt 1189 kritisch, denn Wilhelm ist wirklich ohne Kinder gestorben. Also der hat nichts hinterlassen. Und er hatte ja jetzt eigentlich all seine Adeligen einschwören lassen. Er hat alle Barone kommen lassen und gesagt, ihr versprecht es mir in die Hand. Dass sie dir Konstanze folgt. Wenn ich sterbe, folgt ihr Konstanze. Ihr erkennt ihr Recht an. Und alle Barone haben gesagt, ja, natürlich tun wir das. Das ist wie später bei Maria Theresia. Oder auch bei Mathilde in England. Sie versprechen es immer in die Hand. Und dann passiert es. Und die denken, wirst du, ich habe nichts Versprochenes. Was war da? Wo soll ich gewesen sein? Was, da war ich nicht da. Und sie brechen ihren Schwur. Alle. Denn Konstanze, die werden, glaube ich, nicht mal richtig informiert. Beziehungsweise der Bote braucht so lange, bis er dann in Auge ist. Bis ja der Konstanze Bescheid sagt, dass sie jetzt Königin von Sicilien ist. So lange, da konnte man nicht warten. Die wussten wahrscheinlich nicht mal, wo Augsburg ist. Und es wird jetzt Tankred von Letzsche. Von Letzsche? Von Letzsche. Wird zum König ernannt. Das ist ja gar kein Sizilianer. Und doch. Also nur ein Sizilier. Denn Tankred von Letzsche ist ein unehelicher Sohn von Roger III. Das ist nämlich einer von diesen unehelichen Kindern. Nein, dem III. Dem III. Der war alt genug, um Kinder zu kriegen. Ja, ja. Achso. Der hat, wie habe ich ja gesagt, der hat uneheliche Kinder hinterlassen. Und zu denen gehört eben Tankred. Und das ist bei den Normannen auch ganz interessant. Ich weiß nicht, woran das liegt. Eventuell auch an gewissen kulturellen Vorstellungen. Die haben viele uneheliche Kinder, die aber trotzdem am Hof als rechtsfähig anerkannt erzogen werden. Also das ist jetzt nicht diese Vorstellung, diese Bastarde werden versteckt und irgendwie umgebracht. Sondern die werden anerkannt und werden auch am Hof ausgebildet. Und deswegen ist Tankred auch da. Wird dann aber trotzdem bei der Thronfolge nicht anerkannt. Und der wird jetzt aber von diesen sizilischen Baronen, die sagen, du bist ja da und du bist ja auch Mann. Und das dauert ja jetzt auch so lange, bis die dann da sind. Mach du das doch. Du machst das jetzt. Es dauert tatsächlich eine Weile, bis dann überhaupt Heinrich und Constanze informiert werden. Sie werden informiert, als das alles schon passiert ist. Sie haben es einfach mitgekriegt, als sie da zu Weihnachten eine Grußkarte untergeschickt haben und keine Antwort gekriegt haben. Und jetzt könnte man ja sagen, na gut, aber das können die ja nicht einfach so machen. Es hat einen Vertrag gegeben. Und da gibt es ja eine Instanz in Italien, die darauf achtet, dass rechtsgültig geschlossene Verträge eingehalten werden. Und zwar zu wem geht man, wenn der König in Sizilien sich nicht hält? Wer ist da die höhere Instanz? Der Lehnsherr. Wer ist der Lehnsherr? Der Papst. So, und da sollte man ja jetzt eigentlich meinen, dass der Papst sagt, ja Leute, also so geht es nicht. Ihr habt es der Constanze versprochen. Ihr habt einen bindenden Eid geschworen. Ihr könnt nicht einfach so Eide brechen. Das Schlimmste, was man tun kann, ist einen Eid brechen. Ihr könnt auch nicht einfach Eide brechen. Aber jetzt haben wir Clemens III. an der Macht. Und Clemens III. hat jetzt auch nicht so los mit den Staufern. Und sagt, nö, das ist richtig. Dass der Ternkret da jetzt an der Macht ist, das ist in Ordnung. Und das hat höchstwahrscheinlich damit zu tun, dass das Papsttum, da haben wir jetzt ja eben schon mal drüber gesprochen, eine massive Angst vor der Unio Regni ad Imperium hat. Was bitte? Genau, das ist die Vereinigung des Regni, also des Regnum des Königreichs Sizilien mit dem Imperium im Norden. Weil das, was diese Hochzeit und diese Verlobung eben so zu so einem Kniff macht, auch für das Reich, ist, dass dadurch, dass ja Constanze Erbin des Königreichs Siziliens ist, das ja im Grunde jetzt zum Reich gehört. Du gehörst nicht zum Reich, nur weil du da... Nein, aber es ist Teil jetzt davon. Das ist nur eine Personalunion dann später. Aber auch das Königreich Burgund war erstmal nur eine Personalunion. Man muss nur lange genug warten, dass die Leute sich an die Idee gewöhnt haben. So, und es ist eben jetzt in der Personalunion, das heißt, Heinrich ist Kaiser, beziehungsweise er ist noch nicht Kaiser, aber er hat die Aussicht darauf, Kaiser zu werden. Und er ist König von Sizilien. Zumindest so war das der Plan. Und das bedeutet, dass ihm eben im Grunde das alles, was heute Deutschland ist, Norditalien und Süditalien gehört. Und da ist ja jetzt dieser Kirchenstaat da, den das Papsttum auch so gerade dabei ist. Der müsste ja nicht sein, ne? Ja, beziehungsweise das Papsttum hat halt wahnsinnige Angst davor, von denen geschluckt zu werden und Teil zu diesem Reich zu werden. Ich bin mir nicht so sicher, ob die das wirklich jemals getan hätten, weil, wie gesagt, die haben auch ihre Machtlegitimation dadurch, dass sie ja den Papst unterstützen und auf seiner Seite stehen. Ob die wirklich jetzt diesen kleinen Riegel wirklich dann noch genommen hätten, bin ich mir nicht so sicher. Aber das ist eben diese wirklich pathologische Angst des Papsttums. Aber eigentlich ist das doch eine beschissene Situation. Für wen? Für alle Beteiligten eigentlich. Ich meine, die Konstanze, die kann doch nicht sicher sein, wenn sie darunter geht. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ihr Vetter, wer auch immer er ist, findet, dass sie da nicht Königin ist. Aber selbst wenn sie Königin ist, sie kann doch nicht sicher sein, wenn sie mit einem Kaiser verheiratet ist, dass sie dann tatsächlich da die Herrschaft ausübt. Im Zweifel müsste man doch befürchten, dass der Kaiser dann in Sizilien sich da sagt, so wie du schon gesagt hast, das ist ja meins, dass die Sizilianer das nicht besonders geil finden, weil da jemand von außen kommt und sagt jetzt, ja, ich bin jetzt hier euer König, obwohl sie ja eigentlich da die Konstanze, die aus ihrer Familie ist. Umgekehrt werden wahrscheinlich die deutschen Fürsten das auch nicht so geil finden, jetzt jemanden zum Kaiser zu wählen, der sich dann die Hälfte der Zeit oder wirklich noch mehr ganz woanders aufhält, anstatt sich hier um die Probleme im Norden zu kümmern. Und der Papst findet es auch noch scheiße, wegen dieser ganzen beschissenen Situation in der Mitte zu stecken. Also eigentlich, ja, ist das doch irgendwie doof. Ja, aber auf der anderen Seite hat man halt ein großes Reich und das wollen sie alle haben. Ja, was habe ich denn von diesem Reich? Das Reich ist doch auch eigentlich nur virtuell da. Ja, aber Sizilien, noch einmal Sizilien ist unfassbar reich. Also im Zweifel, ja okay, aber dann hätte ich mich doch, glaube ich, auch verabschiedet dahin. Also warum soll ich mich, also nur weil ich so einen Kaisertitel habe, der damals für womöglich noch was gilt, okay, aber trotzdem hast du da so einen Haufen deutscher Fürsten und dann noch da so einen Herzog von Sachsen, der dir ständig irgendwie dazwischen grätscht und alle anderen, die irgendwie finden, du bist nur Kaiser, solange du uns dazu zwingen kannst, dass wir dich anerkennen oder du uns bezahlst oder uns irgendwelche Privilegien gibst. Also ich denke, wie hätte ich mich doch verabschiedet? Da hätte ich doch gesagt, tschüss. Das werden wir später. Das ist da das drittgrößte Reich Europas unter meinen Fittichen und ihr könnt jetzt hier, macht doch euren Dreck alleine. Das werden wir später auch noch sehen, dass das gemacht wird. Aber man darf das, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen, dass Heinrich VI. der Sohn von seinem Vater ist. Und man darf wirklich nicht unterschätzen, dass die wirklich diese Kaiseridee, was für eine Kaiseridee hatten. Die hatten wirklich diese Vorstellung, wir machen es wieder groß. Wir machen, wir schaffen einfach dieses Weltreich wieder. Und das macht ja auch ein kaltes Buch. Der kann auch froh sein, wenn er da Heinrich den Löwen noch klein kriegt. Also den hat er klein gekriegt. Und jetzt steigen ihm die norditalienischen Städte aufs Dach. Das tun sie aber vorher auch schon. Also die Sache ist halt die, warum nicht? So, wenn sich dir, wenn sich das bietet, dir die Chance bietet, warum nicht? Warum nein sagen? Und ich kann auch verstehen, dass sie Sizilien haben wollen. Ich hätte auch lieber Sizilien gehabt. Ich wäre da auch lieber raus aus Augsburg. Nein, aber grundsätzlich, wenn das Reich, so wie das Reich strukturiert ist, da musst du doch eigentlich ständig damit rechnen, dass irgendjemand deine Macht in Frage stellt. Und wenn du jetzt da hier unten aber so ein Reich hast, und es ist ja nun mal räumlich nicht so naheliegend, und ich kann da nicht mal eben rüber jetten. Und wenn ich da in Palermo sitze, wie soll ich das denn im Gotteswillen schaffen, meine Macht dann im Reich zu erhalten? Darum geht es in dem Sinne gar nicht. Es geht nicht darum, ist das jetzt wirtschaftlich oder ist das sinnvoll. Es geht darum, das zu tun. Also wir haben das später, das ist auch so eine schöne Quelle, die einfach das beschreibt. Auf Friedrich II. machen wir jetzt einen kleinen Sprung, aber hatten später auch Probleme mit den Norditalienern. Und es gibt eben einen Chronisten, der hat sich dieses Gespräch ausgedacht, aber es ist dann doch sehr bezeichnend, dass er eben schreibt, ein Vertrauter hätte eben Friedrich gefragt, als der vor Mailand steht mit seinen Truppen, du, was machen wir hier eigentlich? Das ist doch totaler Blödsinn. Lass sie doch einfach sich selbst verwalten. Hast du doch auch nichts von. Und Friedrich sagt eben, ich kann nicht zurück. Ich muss das hier tun. Wenn ich das nicht tue, fällt mir alles auseinander. Also die müssen einfach immer, die müssen das einfach tun, weil wenn sie es nicht machen, ihnen alles auf die Füße fällt. Und das ist hier im Grunde auch so. Man muss es einfach dann, irgendwann ist man in so einer Schleife drin. Aber das passiert doch nur in seinem Kopf. Ja gut, aber das, was in seinem Kopf passiert und was in den Köpfen der Fürsten passiert, ist das, was die Realität schafft. Und eben dieser Gedanke, und es ist ja auch eine schöne Idee an sich, dass man sagt, wir bringen das alles zusammen. Und dann haben wir eine Krone und sehr, sehr viel Geld im Süden. Und wir sind ja einfach auch die Schutzmacht des Papstes. Und so können wir ihn ja auch besser beschützen, weil wir ihn dann umfassen. Und wir haben den Mittelmeerraum, den wir dann kontrollieren können. Also da sind eben Ideen, die da einfach eine Rolle spielen, die für uns heute vielleicht absurd klingen, aber für die einfach komplett sagten, ja, das machen wir jetzt. Wie gesagt, jetzt haben wir... Und jetzt gibt es den Typen aus Letze. Genau, jetzt haben wir Tankred von Letze. Und der Papst sagt eben, dass diese Usurpation, die es war, ist rechtsgültig. Und Heinrich VI. sagt aber, und das muss man bedenken, das habe ich jetzt vergessen zu vermitteln, Heinrich VI. ist jetzt König. Denn das ist alles auch noch passiert, während Barbarossa auf dem Kreuz zu kommen. Du meinst jetzt deutscher König oder Sizilien? Nach einem Anspruch machen wir es ja auch sizilischer König. Aber er ist jetzt eben gekrönter römisch-deutscher König. Gekrönt oder erwählt? Gekrönt. Was? Verdammt nochmal. Bist du dir sicher? Sein Vater ist gestorben. Das ist der Punkt, den ich machen will. Dann wird man nicht automatisch gekrönt. Nein, aber er war ja gewählt. Und zu dem Zeitpunkt stand das nicht zur Debatte. Da haben die Fürsten jetzt nicht. Bitte, man muss erst mal nach Aachen fahren, denke ich. Ja, aber das hat er ja gemacht. Also es gab zu dem Zeitpunkt keinerlei Gründe, warum die Fürsten ihm diese Wahl verweigern sollten. Also er war erwählt und er wird jetzt auch gekrönt. Und also das passiert alles eben, auch Barbarossa ist jetzt gerade tot. Es wäre wahrscheinlich alles nochmal ein bisschen einfacher gewesen, wenn der noch am Leben gewesen wäre. So. Und jetzt bricht Heinrich eben auf, weil er eben sagt, das ist mein Königreich, das habe ich eben im Namen meiner Frau, erobere ich das. Das ist eben, er muss es, in Anführungszeichen muss, es erobern, weil Frauen eben keine Wehre führen dürfen. Aber er sagt, ich mache das eben für meine Frau. Meine Frau hat das geerbt. Und so tue ich das. Und während er jetzt auf dem Weg runter ist, macht er nochmal halt in Rom, spricht nochmal mit dem Papst, das nicht doch. Und der Papst sagt, wenn du das machst, werde ich dich exkommunizieren. Und Heinrich denkt sich, naja. Dann treffen wir uns halt in Canossa. Du, wie gesagt, mittlerweile gehört das zum guten Ton, wenn du nicht einmal als Kaiser exkommuniziert warst, bist du nicht im Club. Und diese Kaiserkrönung, und das ist auch so ein Kritikpunkt, auch zu Recht, von Heinrich VI. um diese Kaiserkrönung jetzt sich zu erkaufen, gibt er dem Papst die Stadt Tusculum. Das war eine Stadt, die gehörte formell zum Kirchenstaat, beziehungsweise der Papst hatte einen Anspruch auf die, die wollten aber nicht. Und Heinrich erobert die und übergibt sie Clemens. Und der lässt die dann plündern und zerstören. Und Tusculum ist natürlich auch so die Stadt von Cicero, wo er da seine ganzen Texte geschrieben hat. Deswegen ist diese Stadt berührend, ist aber eine sehr kleine Stadt und die wird eben komplett zerstört. durch die Truppen von Clemens als Rache. Und da sagt man immer ja... Ah, wieder super. Ich will unbedingt diese Stadt haben. Dann kriege ich sie. Dann mache ich sie platt. Weil sie sich halt widerstand. Das sind doch alle völlig irre. Und auf jeden Fall, das wird immer gesagt, Heinrich hat dann eben seine Kaiserkrönung mit dem Leid Tusculums sich erkauft. Er zieht aber eben weiter nach Sizilien, muss wieder abbrechen, weil es bricht eine Schräuche aus. Und er fährt dann wieder zurück, weil diese Kreuzzüge, also diese Kreuzzüge sind noch keine Kreuzzüge, aber diese Kriegszüge sind einfach auch super teuer. Und er kann das erst, er braucht ein bisschen, bis er sich neu finanzieren kann. Um den zu bezahlen, lässt er dann auch zum Beispiel Richard Löwenherz festsetzen und lässt ihn dann für 100.000 Mark dann weiter nach England ziehen, um eben Sizilien bezahlen zu können. Obwohl es doch Verwandtschaft ist. Für Heinrich nicht. Und ja, die Sache ist die, ja, aber auch nur indirekt. So hat der Bruder von der Johanna. Ja, aber Heinrich hat doch mit der Johanna nichts zu tun. Der Mann von der Johanna hat die ganze Hochzeit da engagiert. Ja, aber die Sache, bei der Richard Löwenherz hat Dinge getan, die nicht okay waren, aber weil er sich auf dem Rückzug von einem Kreuzzug befand, hätte man ihn trotzdem einfach durchziehen lassen müssen. Also eigentlich müsst du, wenn du durch ein fremdes Gebiet ziehst, musst du fragen, darf ich durch? Das hat er nicht gemacht, er ist da einfach durch, weil ich bin ja Richard Löwenherz. Und daraufhin hat Heinrich gesagt, das hätte er aber eigentlich nicht tun dürfen, weil er war ja auf der Rückkämpfe im Kreuzzug. Und dann ist man immun. Und dann ist man immun, aber Heinrich VI. denkt sich, ne, ihr gebt mir mal 100.000 Euro, äh, 100.000 Mark dafür. Das ist ein sehr moderner Monat. War ein bisschen mehr als 100.000 Euro. So, jetzt, dieser erste Kriegszug ist eben gescheitert und Heinrich muss jetzt ein bisschen sparen, damit es wieder geht. Und jetzt passiert... Ich würde sagen... Nein, wir sind... Ja, aber... Ein Punkt noch. Denn 1194, stirbt Tancred jetzt und sein Sohn, der auch wieder minderjährig ist, übernimmt diese Herrschaft. Natürlich seine Frau Sibylle macht das Eigentliche. Und jetzt in dem Jahr, wo Tancred gestorben ist, gelingt Heinrich die Eroberung. Und er lässt sich dann in Palermo krönen. Konstanze ist noch nicht... bleibt noch ein bisschen auf der... Ich glaube, das ist Festland Sizilien. Denn sie ist schwanger. Mit 40 Jahren kriegt sie ihr erstes Kind. Und auch ihr einziges Kind. Und das ist der... Das ist Friedrich. Und der wird auf dem Marktplatz in Jesi geboren, in einem Zelt. Weil, ja, pass auf, weil auch Konstanze damals schon klar war... Das war eine biblische Geschichte. Niemand wird mir glauben, dass es mein Kind ist, weil ich 40 bin. Also macht man diese Geburt so öffentlich... Legst du dich auf den Marktplatz? ...so öffentlich wie möglich, damit die Leute sehen, es ist wirklich ihr Kind. Und es ist der legitime Erbe von Heinrich den Sexten. So, jetzt gehen ein paar Jahre ins Land. Ist das dann der Grund, warum er das Staunen der Welt ist? Ja, beziehungsweise... Geburt, das wird alles später nochmal zum Thema. Aber, um das jetzt hier eben zu Ende zu bringen, es gehen jetzt drei Jahre ins Land. Heinrich ist König. Es gibt viele Widerstände. Er muss auch öfter nochmal intern auf Verschwörungen bekämpfen. Und er stirbt nach drei Jahren. Er kriegt Fieber. Es ist wahrscheinlich Malaria. Ja, das wird auch nochmal ein paar Mal passieren. Und das heißt eben, er stirbt sehr überraschend nach nur drei Jahren. Und jetzt übernimmt Konstanze eben die Minderjährigkeitsregierung für ihren drei Jahre alten Sohn. Und das ist eben ganz interessant. Also sie macht das sehr, sehr gut. Muss dann... Also setzt auch sehr schnell ein Testament auf, einfach um sicher zu gehen. Und in diesem Testament ernennt sie den Papst, und das ist jetzt Papst Innozenz III., zum Vormund für ihren Sohn. Also sollte ihr irgendwas passieren, dann wird der Papst der Vormund des Sohnes. Wobei wir ja schon gelernt haben, wie toll sich alle an solche Sachen halten. Das stimmt. Aber der Gedanke ist eben dahinter, sie kann Friedrich, der eben sehr jung ist, nicht die deutsche Krone sichern. Die wird gewählt. Er ist nicht da. Er ist zu jung. Die bekommen das sehr unwahrscheinlich. Sie kann ihm aber eben durch ihr Erbe die sizilische Krone sichern. Und indem sie dann dem Papst sagt und du wirst dich natürlich um mein Kind kümmern, du wirst es großziehen, du wirst seine Rechte bewahren, macht sie sicher oder stellt sie sicher, dass der Papst nicht wie vorher mit Clemens sich dann wieder irgendeinen sizilischen Baron aussucht, sondern wirklich dann die Rechte für Friedrich bewahrt, bis der alt genug ist. Also das ist eben das, was sie hier sicherstellt und was ihr eben auch gelingt. Als Papst kann ich immer noch sagen, habe ich nie bekommen, die Nachricht. Aber sie halten sich tatsächlich dran. Also das ist tatsächlich ihr Gewinn. Das muss sie auch sehr schnell regeln, denn sie stirbt auch noch schon im gleichen Jahr. Also sie stirbt ein Jahr nach Heinrich. Sind beide eben so nicht, also Heinrich ist ja noch viel jünger gestorben. Sie stirbt so mit Mitte 40. Und jetzt ist eben Friedrich der Zweite, später erst mal Friedrich der Erste von Sizilien König. Er ist vier Jahre alt und im Grunde übernimmt jetzt der Papst erst mal. Die Regierungsgeschäfte sind natürlich, die überträgt er da wieder irgendwelchen Sizilischen Staten. Von dem Emi und Erzbischof. Aber das ist jetzt eben der Punkt, wie es dann weitergeht, machen wir. Da fand ich meinen Cliffhanger jetzt aber besser, ehrlich gesagt. Ja, aber es hätte überhaupt keinen Sinn ergeben. Wieso? Da hätte man erst beim nächsten Mal herausgekriegt, wer hier eigentlich gewinnt am Ende. Ob der Tankred von Letsche oder Konrad der Sechste von Staufen. Konrad der Sechste? Konrad Heinrich. Whatever. Irgendwann ist er Friedrich oder Heinrich oder Konrad. Ich bin ein bisschen durcheinander. Der war jetzt eh nicht lange da. Also die Konstanz ist ja wichtiger. Die war noch weniger da. Ja, aber die ist aber noch wichtiger. Ist doch. Für unsere Geschichte jedenfalls. So, aber wie es weitergeht, erfahrt ihr dann in Kürze. Wir bleiben, jetzt werden wir eine kurze Pause. Ja. Dann bin ich gespannt auf das Staunen der Welt. Ihr müsst ein bisschen warten noch, bis ihr die Fortsetzung hört. Also am besten, ihr abonniert uns. Solltet ihr das noch nicht getan haben. Und ja, solltet ihr mittlerweile in mediterraner Gefilde entfleuchen, dann wünschen wir euch einen angenehmen Urlaub und macht ein bisschen Sightseeing und besucht die Cappella Palatina in Palermo und den Dom in Monreale und unbedingt San Giovanni degli Eremiti und natürlich Cefalu, wobei das ja meine Stadt. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr alle da hinfahrt und meine schöne Wohnung mietet, die ich gerne hätte. Ja, auf jeden Fall wünschen wir euch alles Gute. Und ich weiß nicht, was sagt man in Sizilien? Oh Gott. Es gibt bestimmt eine sizilianischere, sizilischere Form des Abschiedsgerußes. Aber ja, wir werden erfahren, ob der Papst sich an alles hält und wie der kleine Friedrich in den Straßen Palermos groß wird. Und ob er wirklich König von Sizilien wird. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Ich wollte jetzt einen Cliffhanger machen und wie die ganze Sache ausgeht. Nein, 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 der Cliffhanger kommt in fünf Minuten. Verdammt nochmal. Vollgasm! 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 입at exploriertjam!